Und sage Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass ihr hier reinschaut. Karl Flo und ich sind wieder da, es ist jetzt nicht der nächste Teil des Top 100. Wir stellen euch quasi unsere Essen-Vorfreude-Liste vor. Welche Spiele sind es, die rauskommen, auf die wir uns am meisten freuen. Und die Neuheitenliste ist ja auch schon da, die ist auch nicht ganz so lang wie sonst immer. Aber da sind eben auch viele Spiele bei, die vielleicht auch öffne Zweitauflagen sind oder die wir vielleicht auch schon gespielt haben. Die habe ich jetzt persönlich bei mir nicht drin. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwann nächste Woche auch nochmal ein Video machen, so die Top 20 Neuheiten, die ich schon gespielt habe. Bei mir sind jetzt auch wirklich nur Spiele drin, auf die ich mich freue. Daher sage ich jetzt, das Video wird auch kürzer als unsere Top 10 Listen, weil ich kann es in den meisten Spielen gar nicht so viel sagen, außer es ist da. Und ich freue mich drauf, ich weiß nicht, wie war es bei euch. Ich habe ungefähr so viele Seiten wie in der Top 100. Ja, das ist auch genauso unwesendig. Das ist richtig. Ich gucke mal heute, wie das so ist, in Floßhaut zu stecken. Also erwartet spannende Hintergrundinformationen von Karl und irgendwie so ein bisschen hin und herfabolisieren von Ben und mir. Richtig. Genau, weil ich bin in dieser Runde eindeutig mit den meisten Hintergründen bekannt. Du hast auf jeden Fall am tiefsten drinsteckt. Ich würde sagen, du hast auf jeden Fall eine kleine Arbeit dazu geschrieben. Sehr hier professionelle Arbeit, ist ja nicht zum Spaß. Aber es ist natürlich schon ein bisschen kurios, oder? Essen, alle in der großen Vorbereitung, in der Vorfreude, endlich gibt es wieder eine Messe. Und dann guckt man rein ins Netz und sieht, der Verlag ist nicht da, der Verlag ist nicht da, der Verlag ist nicht da. Und die Liste insgesamt ist irgendwie ein Drittel nur so groß. Aber trotzdem, keine Sorge, es ist jetzt nicht so, dass wir hier sagen, und Platz 2 ist Phase 10, Second Edition. Ja, also es wird nicht schlimm. Es sind trotzdem ein paar geile Highlights dabei, aber es sind natürlich auch ein paar Spiele, die wir jetzt nicht dabei haben, weil wir wissen, sie kommen erst, ja, wann kommen sie? 22, 23 vielleicht erst. Also nicht nur eine Essenliste, sondern so alles, was im Herbst noch rauskommt, wir hoffen uns, Freund. Du hast mir meinen Platz 10 versaut. Phase 10, Second Edition? Ich wusste es. Ich habe es gelesen gerade eben. Du Lügner. Jetzt hast du dich enttarnt. Das konntest du nicht lesen. Also, es geht jetzt los mit Highlights letztendlich, wo wir uns drauf freuen und wo wir so ein bisschen ein paar Informationen dazu haben. Entweder sagt ihr, geiles Spiel, schreibe ich mir auf meine Liste, oder ihr sagt, um Gottes Willen, was sollen wir denn damit anfangen, ja? Ja, das müssen auch nicht zwingen, nachher wirklich geile Spiele sein. Das sind nur Spiele, ich habe auch so ein, zwei Titel, wo ich schon denke, okay, das wird vielleicht jetzt nicht so das mega krasse Highlight, wo man am Jahresende noch drüber redet, aber einfach irgendwas mit einer coolen, interessanten, innovativen Idee, was toll aussieht, wo ich halt neugierig drauf bin. Deswegen ist jetzt hier auch zum Beispiel kein Great Western Trade 2 Edition drin, weil klar, das wird ein Highlight, viele werden sich das kaufen, aber das kennt man halt schon. Schade. Das wird ja immer schlimmer, immer mehr bedingen, das muss ich ja vorher wissen. Muss was Neues dabei sein? Unterplatz 10, Karl. Beiplatz 10, Great Western Trade. Genau. Ich habe es so halb untergebracht. Mal gucken. Ich würde sagen, fangen wir mal an, und Flo wollte auch, dass wir halt das alles geheim halten und unsere Listen vorhin nicht verraten, weil Flo mag Überraschungen. Also Flo, deine Nummer 10? Meine Nummer 10, soll ich mal loslegen? Okay, also meine Nummer 10 ist eine Erweiterung, und zwar eine Erweiterung von einem Spiel von Martin Wallace. Aha. Kriegt Anno 1800 eine Erweiterung? Das Spiel auf keinen Fall. Das ist gut. Was macht das noch? Das Spiel ist von, das Grundspiel ist glaube ich von 2018. Es ist auch nicht Brass. Es ist ein Spiel, was den Titel eines Kontinents trägt. Ach, wir teasen dann wieder an. Ja. Australia ist das Grundspiel. Mit Z geschrieben vielleicht. Mit Z geschrieben, genau richtig. Und es sind zwei Erweiterungen letztendlich, die ich hier so ein bisschen habe. Denn es kommt einmal die Erweiterung, die Rache der großen Alten raus. Okay. Und die Erweiterung Tasmania. Ich wusste überhaupt nicht, dass es eine Erweiterung bekommen soll. Ja. Und schon hat das mit der Überraschung geklappt. Genau. Was sind das? Ich habe das Grundspiel aber noch nicht gespielt. Das sind zwei Erweiterungen, die beim Schwerker Verlag rauskommen. Die eine Erweiterung ist für ein bis fünf Spieler, so wie das Grundspiel auch funktioniert. Dauert 45 bis 150 Minuten. Okay. Und funktioniert jetzt so. Normalerweise haben wir ja hierbei, jeder Spieler baut sich erstmal in seine Eisenbahnlinien rein. Und dann kann man Farmen bauen und Siegpunkte haben und so. Und dann irgendwann wachen die großen Alten auf. Im Inneren des Landes letztendlich. Und man kann die auch einsetzen, so ein bisschen gegeneinander natürlich. Indem ich da mal irgendwen aufwachen lasse schon mal, wo so eine gegnerische Farm in der Nähe ist. Und dann bewegt sich das was. Aber die kämpfen halt auch gegen uns. Das ist auch so. Die wachen halt auch auf und bewegen sich dann und zerstören und so Sachen und kriegen dafür Siegpunkte, kriegen Siegpunkte, wenn sie nachher noch da sind. Und das heißt, es kann am Ende des Spiels, es können auch die großen Alten gewinnen. Und wir verlieren. Jetzt hier bei der ersten Erweiterung ist es halt so, jemand spielt die großen Alten. Da kann man sagen, einer gegen viele. Schade, weil das ist natürlich eigentlich ein ganz geiler Mechanismus. Von semi-kooperativ zu einer gegen viele. Genau, dass das gesteuert wird. Aber vielleicht ist es ganz interessant, denn manchmal war es bei diesem semi-kooperativen ein bisschen schade, dass man gesagt hat, ach, warum machen sie jetzt diesen Move oder das ist sehr schade, dass da jetzt nichts passiert. So eine kleine Glückskomponente, die beim Spiel dabei ist, die jetzt rausgenommen wird und die halt durch ein Spieler ersetzt wird. Und das könnte halt ganz nett sein. Generell dieses Spielprinzip einer gegen viele ist vielleicht nicht mehr ganz so up to date, aber trotzdem könnte es interessant sein. Nachfrage, wird es zu einer gegen viele oder bleibt es auch dabei, dass von den anderen auch jeder nur einzeln gewinnen kann? Das weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen letztendlich, dass es hier einer gegen alle ist. Aber ich habe es tatsächlich nicht rausgefunden. Das wird auf jeden Fall spannend. Und das andere Tasmanien? Genau, das zweite Tasmanien, ganz kurz, das spielt jetzt in Tasmanien selbst, geht davon aus, dass wir den Kampf in Australien verloren haben gegen die großen Alten und jetzt setzen wir ihn in Tasmanien fort. Andere Karte. Kleiner dann offensichtlich. 30 bis 90 Minuten, auch nur kürzer und von der Spielanzahl weiß ich nicht genau. Es könnten weniger Spieler sein, auf jeden Fall auch. Also ein bisschen eine Expressvariante. Genau, richtig. Gut, interessant. Nein, Platz 10. Dann machen wir wahrscheinlich eine Reihe weiter. Und mein neues Spiel für Essen ist von 2017. Und ich will gar nicht so groß drum herumreden. Ich wette, dass ihr das beide davon noch nichts gehört habt. Du höchstens, weil ich es dir gegenüber erwähnt habe. Und du hast es garantiert schon wieder gelöscht. Und es heißt Testament. Und es wird auch nicht auf Deutsch rauskommen, sondern es erscheint jetzt auf Englisch. Es ist im Original ein japanisches Spiel. Ein Spiel von dem Entwickler mit dem Künstlernamen Kuro, oder Kudo, der Yasuki Kuroda mit vollständigen Namen heißt. Der ist so ein Indie-Designer wohl. Ich weiß nicht, ob einem von euch beiden mal was von seinen Spielen über den Weg gelaufen ist. Es sind so kleinere Sachen, habe ich ja nicht aufgeschrieben. So ein Selbstverlegender, von dem auch nicht um die Sachen rüberkommen. Das Ding hat so einen typischen Anime-Look. Also ich habe mal so mal, da war richtig was hier raufgetan, Testament. Aber warum tue ich das? Ich habe ja sonst solche Sachen auch nicht unbedingt in der Liste. Das ist ein kooperatives, kartenbasiertes Monsterkampfspiel. Also irgendwie einer spielt den Krieger, ein anderer den Priester, irgendeinen Magier oder was auch immer. Man sucht sich halt aus, ich glaube sechs verfügbare Rollen gibt es jeweils einen aus. Und hat dann so ein Deck mit Fähigkeiten und tritt dann gegen eine Reihe von normalen Monstern an und am Ende gegen einen Boss-Monster. Kämpft da der Reihe nach durch. Und das Interessante ist halt, dass das Kampfsystem so typische MMO-Mechaniken drin haben. Das hat zum Beispiel Aggro als Wert. Also sprich, der Tank, der Krieger, kann eben dafür sorgen, dass er angegriffen wird, weil er es besser aushält und damit verhindern, dass der Heiler, der durch seine Heilaktion irgendwie seine Aggro erhöht hat, also seinen Aggressionswert gegenüber dem Monster, dass der nicht zu Brei geklopft wird und solche Geschichten. Und du suchst halt aus, welche Fähigkeiten nimmst du mit. Also wie stellst du dein Deck, sage ich mal, zusammen, was vor dir ausliegt, die Fähigkeiten. Kannst du halt aktivieren, aber was aktiviert ist, ist erstmal weg. Geht halt auf Cooldown. Alte WoW-Spieler werden sich auskennen. Und da gibt es so eine ganze Reihe, man kann entweder als Kampagne gegen die verschiedenen Monster kämpfen oder eben auch als Einzel-Szenarien gegen die verschiedenen Einzelnen. Und das sieht halt aus mit Einflüsse, wer das kennt so aus dem Anime-Bereich, so ein Final Fantasy-Look oder ein Record of Lord of Swar. Und ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir dazu kommen werden, das richtig zu sehen. Das ist schon ein bisschen was Ausgefalleneres. Das klingt schon speziell. Überlegst du noch nach Essen zu fahren oder nicht? Ich glaube, da musst du hinfahren, weil ich weiß nicht, ob ich das besorgen kann. Ich würde auch nicht damit rechnen, dass es auch eine deutsche Version geben wird. Aber das klang einfach reizvoll, gerade für uns als alte MMO-Hasen, die damit ihre Jugend verschwendet haben. Könnte das wirklich lustig sein und kooperatives Monsterspiel? Ich habe noch eine Frage, gibt es Magier die Feuerbälle werfen? Ja. Ah, dann... Das ist eine sehr klassische Sache. Dann solltest du es vorhersagen. Ist doch lustig, ist für ein bis vier Spieler, aber auch wie gesagt, am besten eins. Das glaube ich, das kann sein, dass das ein gutes Solospiel ist. Okay. Und du? Ich, meine Nummer 10 ist tatsächlich, ich glaube, eines von wenigen, mal gucken, wie viele Eurogames ich drin habe, aber normal sind ja nicht ganz so viele in meinen Vorfreundelisten. Ich bin gespannt, ja. Aber ich habe tatsächlich ein Spiel, wo der Autor selbst sagt, dass es ein Experten-Spiel sein soll und er bringt auch zuverlässig jedes Jahr eigentlich irgendwie eins raus und manche davon sind auch in meinen All-Time-Top-100 relativ weit oben gewesen. Zumindest, okay, ich hatte nur zwei Spiele von ihm, eins war aber, glaube ich, in den 20ern. Steht das hier noch irgendwo? Nee. Das steht hier irgendwo, ja. Das neue Spiel von dem guten Alexander Fister und zwar Boobrig. Darüber reden wir später noch. Darüber reden wir scheinbar später noch ein bisschen mehr. Wir haben das gar nicht erläutert. Wir wissen nicht exakt, was unsere Listen sind. Also, weil wir uns, wir mögen keine Koalination, wir wirken auch gerne nicht so, als wären wir exakt vorbereitet. Bitte. Nein, und wir werden, wir versuchen, über jedes Spiel halt nur einmal zu reden, damit wir es auch im Dialog tun können und wenn jemand merkt, oh, Moment mal, das habe ich weiter oben noch, das ist bei mir höher, dann springen wir dazwischen, grätschen rein und sagen, wir reden da später drüber. Ich könnte da eh nicht so viel zu sagen, außer es ist von Alexander Fister so ein Experten-Spiel sein, mehr weiß ich darüber gar nicht und mehr, deswegen muss ich eigentlich nachher rausgehen, mehr will ich darüber auch gar nicht. Ach so. Ich möchte das einfach in 1, 2, 3, 4, wann auch immer Wochen bekommen, auspacken, gucken, was mich da erwartet und dann spielen. Ich werde das so formulieren, dass du Lust darauf bekommst, das zu spielen. Da bin ich gespannt. Dann leg ich mit meinem Platz 9 los. Aber wir sind ja schneller heute. Mein Spiel ist von Ryan Laukert, heißt auf Englisch Sleeping Gods, auf Deutsch Schlafende Götter. Ein bis zwei Spieler gut und geeignet, mehrere Spieler möglich. Bis zu vier, ja, vier, glaube ich. Ansonsten von der Spielzeit her von 45 Minuten bis wahrscheinlich 2000 Stunden. Richtig. Mehr weiß ich nicht dazu. Nicht in einer Partie. Ben. Keine Rezension bitte, nur Antisern. Ja, also ich habe da ja schon mal so ein Erstendrucksvideo dazu gemacht. Ich habe das auf Englisch schon da. Du wartest, glaube ich, auf die deutsche Version. Weil es ist ja so, auf Englisch ist so unser Stand immer, dass wir schon verstehen, was da vor sich geht. Aber die ganze Atmosphäre und das alles, das zieht man halt nicht raus. Genau, ich will nicht nur die Informationen rausziehen, ich will die Atmosphäre mitnehmen. Wir haben zusammen eine Kampagne gespielt. Und das Gute ist, wenn man es mit Karl spielt, dann ist es wie Deutsch, okay, bin jetzt nicht der Profi drin, da geht schon auch noch was verloren. Aber ich persönlich finde, beim Lesen, also ich nehme beim Lesen auch schon viel Atmosphäre mit, deswegen habe ich gar kein Problem damit, so etwas auf Englisch zu spielen, auch in Tainted Rail oder so was. Richtig. Für mich gar kein Problem beim passiven Lesen zumindest. Und wir haben eine Kampagne davon komplett gespielt. Genau. Das wird dir gefallen. Ja, ich habe auch noch zweit angefangen. Fühlt sich so ein bisschen an, wie so, für mich war es ein bisschen Zelda Wind Waker, das Brettspiel. Es ist so ein Abenteuererdeckungsspiel. Erleben irgendwelche Abenteuer, auch nur so kleine Quests, nichts Großes, kein Tainted Grey, sondern nur so, wir können halt die Kampagne anfangen, fahren nach Norden, nächste Kampagne fangen wir an und können halt nach Süden fahren, erleben halt immer wieder andere Abenteuer. Man kann sich auch so ein bisschen von Kampagne zu Kampagne merken, wo irgendwas war, kannst du dich auch so reintragen aus dem Heft und dann erlebt man halt, wie gesagt, auch die Mechaniken sind ganz cool. Man hat halt am Ende den Tisch voll mit Gegenständen und hat nur so begrenzte Aktionsmöglichkeiten, wie man die benutzen kann. Ich fand das spaßig und da halt so gut. Und so vom Spielerspielreiz, also hat man danach ruhig Lust, gleich wieder noch eine weitere Kampagne zu starten oder sagt man, ach nee, nicht schon wieder, jetzt die nächste, doch, doch, kannst du, du bist dann gespannt, was an den Stellen ist, die sich irgendwie nur angedeutet haben. Du wirst nie viele Sachen irgendwie angedeutet haben oder so, oh hier, wenn ich mit dem Code-Wort dahin gefahren wäre, dann wäre irgendwas anderes passiert, also das teasert das. Zwei Vorteile, die das Spiel für mich hat, ist zum einen, hast du das Gefühl, sehr eine freie Agenda zu haben, wie Ben gesagt hat, du hast ja diese Karte, kannst du irgendwo hinfahren, das kann ganz schön in die Hose gehen, aber du kannst und eine Kampagne, die sich abgeschlossen anfühlt, dauert auch nicht so ewig. Viele Kampagnen-Spiele, Every Feels als klassisches Beispiel, denkst du, okay, Anfang 100 Stunden, hier bist du in so 10 Stunden einmal durch und das ist so abgeschlossen, dann kannst du weiterspielen, aber du hast erstmal schon einen Abschluss. Vom Aufwand her würde ich wie ein Fluch von Sevens Continent ungefähr, da sitzt du ja auch so 8 bis 12 Stunden an einem Fluch und man möchte danach dann auch wieder einspielen, also daher, und genau das erwarte ich davon auch. Ich fand das gut, das ist auch eines der, ich kann nicht schon mal mein Highlight des Jahresvideos spoilern, das wird da drin sein, mal gucken wo, aber ich fand es wirklich toll. Vom Schwerkraft Verlag kommt es raus, also daher. Hoffentlich dieses Jahr noch, vielleicht auch erst nächstes Jahr. Die sind in Essen und ich weiß gerade nicht, ob es auf der Liste schon stand von denen. Sind wir gespannt, auch wenn nicht, findet ihr das in der Vorfreude 2022 auch wieder drin. Dann wieder, genau, richtig. Ich habe auf Platz 9 ein Spiel von Paolo Mori. Oh. Unter anderem bekannt für im Englischen Blitzkrieg, im Deutschen ist es glaube ich Winziger Weltkrieg, weil Blitzkrieg vielleicht irgendwie nicht so schön klingt. Winziger Weltkrieg, Ethnos und für Werte Flo-Fans und Zuschauer Vasco da Gama. Wusste ich, wusste ich, dass das passt. Dass ich da schon vom Haus geschmissen habe. Aber das Wichtigste ist, Winziger Weltkrieg ist eigentlich das entscheidende Stichwort an der Stelle. Ich habe hier Caesar. Ausrufezeichen. Caesar Ausrufezeichen? Cease Rome in 20 Minutes. Habe ich noch nie was von gehört. Das ist auch so ein kleines Spiel, das wirklich in 20, 30 Minuten zu spielen ist, so wie Winziger Weltkrieg ja auch. Die Weiterentwicklung davon beziehungsweise Reimplementierung wäre zu wenig, macht schon einiges anders. Für zwei Personen, knallhart, das ist für zwei Leute gedacht. Zwei-Personen-Spiel. Das Gameplay ist wirklich simpel, das ist super schnell erklärt, super schnell auf den Tisch gebracht. Du hast letzten Endes hinter so einem verdeckten, hast einen kleinen Sichtschirm, dahinter liegen so drei Marker sind es glaube ich jeweils, die du platzieren kannst auf so einem wirklich auch kleinen Board. Das Board ist nicht größer als so ein Spiel für so eine Reise, so ein Reisespiel. Das kannst du mitnehmen. Ein bisschen groß vielleicht für den Zug. Auf jeden Fall, du hast eben diese Marker und eigentlich legt man abwechselnd nur die Marker dahin auf das Spielfeld. Und sobald ein Areal abgeschlossen ist, du legst immer auf die Grenzen, Kampfstärken in die verschiedenen Richtungen, sodass du immer überlegen musst, du manipulierst immer zwei Gebiete mit deiner Kampfstärke. Sobald ein Gebiet abgeschlossen wird, sprich alle angrenzenden Slots belegt sind, wird geguckt, wer am stärksten ist. Es wird abgerechnet, derjenige kriegt die Punkte dafür und bekommt ein Sondertoken, das verschiedene Dinge tut. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Wenn du das schaffst, legst du ein Extra-Token auf diesen frei werdenden Slot, weil du das Gebiet gewonnen hast. Hast du aber auch schon angrenzende Gebiete gewonnen und nach und nach werden ja immer mehr Gebiete gewonnen. Legst du für jedes Angrenzende, das du kontrollierst, noch ein Extra dahin. Das heißt, das Spiel fängst du an, hier mal ein, da mal ein, fünf, sechs, zehn vorbei. Das heißt, das ist auf jeden Fall zügig vorbei. Es klingt wirklich spannend. Du kannst abgegraben werden, sicherlich. Ich meine, du ziehst aus einem Beutel nach. Es gibt also auch Unwägbarkeit, aber es klingt wirklich reizvoll, gerade für so zwischendurch. Und der König ist tot hat mich da so ein bisschen auf den Geschmack gebracht für die Sorte. Es geht in die Richtung. Und mich gar nicht. Und trotzdem fand ich die Erklärung die schlechte. Sehr gut. Und das ist auch die Weiterentwicklung von Blitzkrieg, soll es ja sein. Und das fand ich auch schon richtig, richtig gut. Und ich habe den Verlag auch schon angeschrieben. Vielleicht bringe ich das das Essen mit. Und dann kann man sich das ja in 20 Minuten mal schnell angucken. Richtig. Spannend. Ja, das war mein Platz neun. Genau. Mein Platz neun. Ich hoffe, das ist auch wirklich mein Platz neun. Ja, mein Platz neun. Ihr kennt das hier vielleicht von früher, als man selbst noch Kind war oder auch irgendwie wenn Verwandte Kinder haben oder so, dann schenkt man, wenn die noch so ganz klein sind, dann schenkt man dir auch manchmal so Bücher und die macht man dann auf und dann poppt da sowas auf. So ein Schloss oder was auch immer. Und da gibt es jetzt quasi ein Spiel zu. The Shivers heißt es. Das muss auch, ich gucke mir das hier gerade an, war so ein Kickstarter und das ist halt auch so eine Art Krimi-Spiel mit diesem Pop-Up-Buch quasi. Dann geht halt irgendeine Landschaft auf. Ich habe auch ganz kurz in so ein Video reingeguckt. Einer muss auch scheinbar den Game Master spielen. Ich hoffe, es hat einen Solo-Modus, dass man das auch vorher schon mal selbst erleben kann, wie bei Detectives wie bei Angels. Und dann hat man halt diese Szenerie, dann poppt das halt auf. Irgendwie der Game Master sieht halt von hinten so bestimmte Elemente, wo er dann drauf hinweisen muss. Muss auch dann wirklich eben gucken. Willkommen auch irgendwelche Karten dazu und muss dann halt irgendwelche Rätsel lösen, Aufgaben erfüllen. Ich weiß noch nicht so 100 Prozent, wie das funktioniert. Das soll in Essen. Also so 3D-Ermittlung? Ja, so wirklich 3D. Ich habe jetzt schon keine Ahnung, wer das mögen würde. Ich blende das ja ein, aber hier seht ihr es auch mal. So sieht das dann aus, wenn man es aufpoppt. Das ist schon... Weil so 3D-Sachen hatten wir ja noch nicht so viel. Es gab dieses Puppenhaus jetzt letztens hier mal, so als dieses Rätsel-Geschichte, was man aufgebaut hat. Also Grüße an Inka und Markus Brandt, wenn ihr zuschaut. Ich weiß, was wir wahrscheinlich vielleicht in 2 Jahren mal auch in einem Exit-Spiel sind. Da kannst du ja vor allem auch in ein Exit-Spiel einbauen. Dann gab es doch von Fizek Safe House. Das hat auch so was gemacht. Da hat es auch. Das war auch mit dem. Da klappte auch. Aber ich glaube, das war ein Gimmick. Das war ja nur so für... Genau, da war nur das Gimmick. Es gab das Ganze mit dem Schiff noch. The Killer Cruise. Da baust du das Schiff ja richtig auf. Das habe ich nie gespielt. Dementsprechend weiß ich nicht, wie sehr du da das brauchst. Aber hier benötigst du es ja richtig, wenn du ermitteln musst dann. Ist das Brecken, das wo du das auseinanderbaust nach und nach? Das hat auch so eine 3D-Komponente. Allerdings nicht so was mit Scherenschutz. Richtig. Ich hoffe nur, ist es nicht so wie hier dieses Mystery-Ding da, wo man... Nee, war es Mystery? Wo man das so hochnehmen muss und dann muss man reingucken bei den Taschen nach. Das war wie nett vom Ansatz. Wir haben das gespielt. Ja, das kannst du alleine spielen, vielleicht zu zweit und dann hat es auch wieder... Also 3D kann toll sein, kann aber auch echt Ecken und Kanten haben, sodass es da nicht so richtig spielbar wird. Richtig. Also ich bin da sehr gespannt drauf. Ich weiß auch, dass sich das auf jeden Fall Stefan holt, wenn das da ist. Das heißt, wir werden das auf jeden Fall dann zwei Wochen nach der Spiel, wird Stefan auch wieder für eine Woche da sein. Dann werden wir auch da viele Neuheiten spielen und das wird dann auf jeden Fall auf den Tisch landen und wir werden das spielen. Ich werde euch dann berichten, ob sich das lohnt oder nicht. Ich würde da erstmal nicht mit dem deutschen Vertrieb von rechnen, aber wenn das irgendwie gut ist, wird es da bestimmt auch was geben. Das ist ja auch sowas, dass ich irgendwie Ravensburg oder so oder Pegasus, das können ja ganz viele deutsche Verlage machen, aber da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wie das dann ist. Ja. Es gibt ein Spiel, das habe ich sehr... Nein, das habe ich nicht sehr häufig gespielt. Das habe ich häufig gespielt, weil eine Partie dauert immer eine gewisse Zeit. Und es braucht eine hohe Frustrationstoleranz. Okay, ich komme später wieder. Das ist ein sehr bedrückendes Szenario. Ja. Mit einem Storybuch. Coimbra. Coimbra, genau. Was ich noch nie gewonnen habe. Ja. Jetzt wirst du es. Sys War of Mine. Ich wusste es vorher schon, aber ja. Genau. Jetzt bekommt Sys War of Mine noch eine Erweiterung. Wer will selbst was haben? Warum? Das hatte du schon. Ich will es haben, genau. Das hatte doch schon eine Erweiterung. Kommt noch eine oder ist das eine von... Also es ist die richtige Erweiterung, das gab nicht auf Deutsch. Genau, das ist die erste Erweiterung von Sys War of Mine und die kommt jetzt auf Deutsch. Die Kinder. Die selbe Geschichte. Und die Erweiterung heißt Geschichten aus den Ruinen. Ursprünglich von Galacta, jetzt bei Heidelberg. Also das ist eine Erweiterung mit Modulen fürs Grundspiel, die man da einbauen kann. Weiterhin natürlich kann man da mit vielen Spielern spielen. Ich würde es immer empfehlen, entweder das Solospiel oder zu zweit, so wie wir Dornos Gesetz gespielt haben. Du kannst auch zu zweit einfach dran sitzen und du willst jemanden haben, mit dem du darüber nachgrübeln kannst, weil es gibt so viele Entscheidungen. Das ist einfach schön. Man kann dann diese Texte sich gegenseitig vorlesen und dann kann man überlegen, letztendlich, was muss man jetzt machen? Geht man auf den Marktplatz, wo gerade eine Kiste liegt und da könnte was Wichtiges drin sein. Und du siehst vielleicht sogar die Kiste schon offen und irgendwas ragt raus, aber du sagst, es könnte auch eine Falle sein, aber es ist so wichtig eigentlich für das Überleben deiner Leute. Durch das Diskutieren kommt auch mehr so dieses, überlegst du auch über die Moral darin. Und ich finde, es ist mir aufgefallen, wenn man Sachen Solo spielt, passiert es dann häufiger, dass man schon erstmal ein bisschen weniger strukturiert, weil der Wechsel zwischen den Personen fällt weg. Das heißt, es fließt so vor sich hin und man rutscht dann schneller in so einen mechanischen Blickwinkel. Weil es ist auch kein so von wegen wirklich so sicher, dass du das machen willst. Man hat keinen, der es hinterfragt und dann kann das schnell so ein bisschen eintönig werden. Deswegen hast du recht. Also ich würde sowas immer zu zweit spielen. Also ich lese mir das halt durch. Fertig. Aber wenn ich es halt vorlese, wirklich auch mit so ein bisschen Rollenspieler und das hat immer nochmal einen anderen Impact. Neue Karten, neue Miniaturen, neue Erzählungen, ein Modul mit einer Markt, mit einer Auslage letztendlich, wo man so Waren dann irgendwie noch sieht und noch so ein bisschen Schwarzmarkt haben kann. Ein Kanalisationsmodul, was ganz freaky sein soll. Du hast ja die Stadt, wenn du in die Stadt reingehst, sind ja überall Scharfschützen und Soldaten und sowas. Dementsprechend probierst du jetzt deinen Weg runter in die Kanalisation, wo es ein bisschen sicherer ist, aber natürlich kommen auf die Idee auch noch andere Leute. Da gibt es eigene Ereignisse dann für? Eigene Szenarien noch. Fünf Szenarien habe ich gesehen und die Szenarien haben dann noch so geheimnisvolle Umschläge, wo wenn du ein Szenario geschafft hast, darfst du den Umschlag dann öffnen. Also ich bin super gespannt drauf. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal eins von diesen Spielen schaffen werde. Guck dir, wir haben ein Livestream gemacht mal oder ein Let's Play. Da siehst du, wie man das macht. Ja, ich glaube, ich habe geschummelt. Aber es ist wirklich so, es klingt nach den meisten Sachen, die dabei waren bei der englischen Version, also beim Kickstarter. Das Einzige ist, was du jetzt nicht erwähnt hast, da gab es auch noch, es gibt auch noch eine The Little Ones Erweiterung, wo man dann eben Kinder als Überlebende hat. Das ist ja dann noch übler letztendlich, aber das weiß ich nicht, dass das ja auch dabei ist. Gut. Platz Nummer 8, bei mir, ist ein bisschen positiver besetzt. Das ist kein Wunder. Es gibt auch wenig Spiele, die bei mir unterziehen können. Es geht um die Postapokal... Nein. Oh Gott. Also das Spiel, das ich als nächstes habe, ist von einem gewissen Adam Kvapinski oder Kvapinski, bitte nicht umbringen. Der unter anderem Nemesis gemacht hat oder Lords of Hellas oder Dark Ages hat er auch gemacht, dass wir auch bald spielen werden. Das kann in dieser List nicht vorkommen, weil es schon da ist. Richtig. Also bei mir schon, bei dir nicht mehr. Und dieses Spiel geht auch in eine Euro-Richtung von ihm. Es handelt sich um Origins First Builders. Und hier findet man wieder so einen Stil, den er wahrscheinlich auch mag. Denn Lords of Hellas war ja so eine Mischung antike Technologie und das ist hier auch ein bisschen. Hier geht es darum, dass irgendwie fortgeschrittene Zivilisationen auf die Erde kommen. Wie Techno-Griechen. Wie Techno-Griechen. Das passt aber perfekt von der Beschreibung her. Und die kommen hier auf die Erde und helfen der Menschheit eben ihren Anfang zu nehmen und eben so Monumente zu bauen. Das Cover, ihr seht das Cover auch gerade, da ist das auch hier so ein bisschen, da wird die Pyramide gebaut, aber der obere Teil schwebt und so weiter. So, aber warum habe ich das jetzt auf meine Liste genommen? Nicht nur wegen dem Cover, das habe ich beim späteren Spiel gemacht. Das hat halt auch... Sehr wichtig, wenn man sieht, dass das hier gut reinpasst. Cover sind super wichtig, wobei Birmingham muss man immer wiedergeben. Nur zum Hinstellen und zum Spielen. Also man kann dort, das hat viele Elemente, wie zum Beispiel Dice-Drafting, also möchte jetzt nicht zu sehr den Coimbra-Vergleich ziehen, weil Coimbra fand ich nicht so gut, aber man draftet halt einmal Dice, also Würfel, nee im Englischen. Wir verstehen dich schon. Wo sowohl die Farbe als auch die Augenzahl wichtig ist, setzt die wiederum dann auf Feldern ein, um Aktionen auszulösen und da gibt es dann so schöne Sachen, die zusammenspielen, dass wenn man die passende Farbe zu dem Slot spielt, dann kann man Extraaktionen auslösen und da gibt es so ein schönes Rad, es wird immer um eins weiter gedreht, wenn du es einsetzt und du brauchst immer die Zahl, die da steht. Das heißt, du brauchst immer höhere Würfel, je spät das wird. Hohe Interaktionen, also da kommt eine ziemliche Interaktion rein, du kannst auch gucken, welche Würfel die anderen haben. Es gibt auch eine Militärleiste zum Beispiel, aber was leisten sie denn nicht so mein Ding, wobei dir hier wohl auch noch eben Spezialeffekte geben. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich höre auch gar nicht. Ich warte auf die weiteren Leisten, die irgendwie interessant wird. Leiste das Leistenspiel. Die Leisten haben eben auch einen Effekt, da kannst du irgendwie besonders starke Fähigkeiten bekommen, dass deine Würfel immer besser sind zum Beispiel und du baust auch noch an der Stadt bei dir, indem du eben entsprechende Plättchen von Gebäuden kaufst, die dann eben entsprechende Effekte auslösen. Also es sieht aus nach einer interessanten Verzahnung von Dingen. Ist das nicht beige? Und gleichzeitig, die anderen Spiele von dem Autor sind halt auch interessant. Lords of Hellas war nicht perfekt, aber da war auch was drin, wie bei vielen Awakened Realms Spielen. Das ist kein Awakened Realms Spiel, aber daher kenne ich halt den Autor. Manchmal ist man ja einfach schon neugierig, wenn der Autor was Neues produziert. Und wenn man dann sagt, es geht in eine Richtung, die mich interessiert von einer Spielart. Es gibt natürlich auch, du hast Nemesis genannt bei dem Autor und das geht ja in eine ganz, ganz andere Richtung. Richtig, all seine Spiele, auch Dark Ages. Klar, natürlich. Aber wenn der Autor jetzt auf einmal irgendein Stichspiel rausbringen würde, dann würde man sagen, okay, Hammer, dass der Autor, oh Gott, das ist ein Stichspiel, dann würde man das ganz, ganz schnell wieder zurücklegen und Ben würde es nehmen und würde es spielen. Genau. Ich wollte gerade sagen, der Spiel war alles. Aber wenn es Spiele sind, ja, wenn es Spiele sind, na, leider nicht, dann würde er eigentlich mit mir, aber... Genau, also wie gesagt, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe nur, wie bei den meisten Sachen, oberflächlich über die Mechaniken geguckt. Das war ein Reiz drin. Das Thema passt. Der Autor hat bisher nicht enttäuscht. Dark Ages haben wir noch nicht gespielt. Mal gucken. Deswegen habe ich ihn auch die Acht genommen. Gut. Bei mir auf Platz 8 ist ein Spiel, das im Prinzip schon, ich glaube, 13 oder 14 Jahre alt ist, was jetzt eine Neuauflage bekommen hat. Auch einfach, weil beim Alten die Lizenz weg war. Dementsprechend ist es eigentlich auch gar nicht so spannend, weil ich kenne das Spiel an sich schon. Aber ich bin gespannt, was sie halt neu daraus gemacht haben. Und zwar auf Englisch heißt es Unfathomable, auf Deutsch Abgrundtief, ist quasi die neue Version von Battlestar Galactica. Da ist einfach die Lizenz weg. Das ist mit Abstand eines der... Also es gibt ja oftmals so, dass man irgendwie Bücher oder Filme oder Serien oder so dann schon irgendwie als Brettspiel umsetzt und manches ist dann nicht ganz so toll. Das ist halt super, weil das eben auch diese Paranoia, dass man nicht weiß, wer ist gut, wer ist böse, was eben in der Serie das prägende Element ist, was die Stimmung die ganze Zeit trägt. Das ist halt super gut eben in den Brettspieler umgesetzt worden und da ist halt die Lizenz weg. Und Fantasy Flight hat halt, ich meine, Arkham Horror, Lovecraft ist lizenzfrei. Und da haben sie eben auch gesagt, komm, dann machen wir hier irgendwie mal so ein Schiff, die an Arktika, die fährt irgendwie scheinbar über den Ozean und ja, unter uns sind wohl scheinbar Kultisten, die irgendwie den großen Alten beschwören wollen oder die an Arktika versenken. Es gab bis vor kurzem noch nicht wirklich viele Infos dazu. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, es sind jetzt irgendwie zwölf Videos aufgepoppt. Pas zum Thema natürlich aber schon irgendwie. Natürlich müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel Lovecraft-Geschichten gibt und immer nur irgendwie Arkham. Das ist halt so die Standardlizente. Habt ihr eure Top 100 gesehen? Ich frag nur. Bald, wahrscheinlich bei Ben auf dem Kanal, die Top 100 Lovecraft-Spiele. Wahrscheinlich, ja. Das ist auf jeden Fall ein Problem, das voll zu kriegen. Was ich dann interessant finde, ist, wir haben ja hier Willen des Wahnsinns stehen und da gibt es in einer der Erweiterung ja ein Szenario, da machen die Szenarien oft auch irgendwie was Besonderes extra und es gibt ein Szenario, das auf einem Schiff spielt, das sinken kann und in diesem Szenario ist ein Verrätermechanismus drin. Interessant, ja. Komisch. Sollten wir nochmal spielen vor, vielleicht. Ich hab also das Gefühl, es gibt vielleicht sogar irgendeine Geschichte oder Kurzgeschichte, auf die das indirekt zurückgeht. Wahrscheinlich, ne? Kein Zufall, dass das so. Ich finde es großartig, dass es rauskommt. Großer Battlestar Galactica-Fan bin ich ja auch. Sehr, sehr schmerzvoll, dass es das überhaupt gar nicht mehr gibt. Das wird auch von vielen immer wieder gefordert und gewünscht, weil es einfach so viel Geiles richtig macht. Man braucht davor nicht zehn Spiele, also zehn Partien, sondern es reichen meistens schon ein, zwei. Dann hat man nämlich tolle Geschichten einfach, die man erzählen kann. Und das hoffe ich mir auch. Es kommt gleichzeitig noch so Sing raus. Das Spiel hab ich ja schon, weil ich es mir mal aus Kanada mitgebracht habe. Aber es kommt hier jetzt auch noch raus. Das hat auch diese Semi-Kooperative. Bei Battlestar Galactica war immer noch ein bisschen mehr drumherum. Schauen wir mal, wie das bei Abgrundtiefe ist. Bei Lizenzspielen halt, die muss man sich zulegen. Die sind halt irgendwann weg. Starcraft, das. Starcraft wird es auch nie wieder geben und das in Battlestar auch nie, egal wie sehr ihr es wollt. Und ich bin noch mal gespannt, weil Battlestar hatte ja durchaus so zwei, drei Probleme, so ein tarter Zylon. Die hatten dann in der Regel nicht mehr so die spannendsten Partien. Mal gucken, ob sie das hier gefixt haben. Wie gesagt, das sind jetzt irgendwie, es muss auf der Gen Con dann auch wirklich zu kaufen gewesen sein oder zumindest Rezensionsexemplare. Vor einer Woche gab es noch irgendwie ein Video, jetzt gibt es zwölf und auch schon ein paar geschriebene Rezensionen. Die werde ich mir dann auch noch mal angucken. Wisst ihr, was bei so einem Spiel mal lustig wäre? Ne? Wenn, also du kannst ja schlecht den Spieler austauschen, wenn du das im Narrativ verbauen kannst, dass sich dieses Wesen anders ja tarnen kann und ein Gesicht übernehmen kann oder was auch immer, wenn zwischendurch einfach noch mal die Rollenkarten durch irgendeinen Effekt, wenn das jemand auslöst, wie zum Beispiel der, der enttarnt ist, noch mal durchgemixt werden und neu verteilt werden. Das heißt, derjenige, der jetzt enttarnt wurde, der nicht mehr so viel zu tun hat, könnte sagen, okay, in der Geschichte wäre es ja so, er ist enttarnt, also was versucht das Wesen, neues Gesicht anzunehmen? Das gibt es bei Battlestar tatsächlich, wenn du Torwitte, deine, also du kriegst so zwei Karten, wenn du zweimal in Ceylon hast, du darfst halt deine Karte tauschen, das kann ich natürlich auch machen, wenn ich nur einmal in Ceylon habe, dann traut da keiner mehr Flo, weil vielleicht habe ich ihm ja die zweite Ceylon-Karte gegeben. Genau, siehst du, okay, da bin ich nicht der Einzelne, der auf solche Ideen kommt. Apropos enttarnt, um Enttarnung geht es auch bei meinem Spiel, und zwar ist es der siebte Platz, wir sind im Jahre 1977, wir sind in Wien, es wurde ein Amerikaner ermordet und ein Team aus Polen rund um Portal Games schickt uns auf Ermittlungen. Wir sind bei Vienna Connection. Ja, wie geil, dass es da jetzt noch eine dritte Kampagne gibt, endlich, ja? Wie geil, dass wir später so überreden. Nein! Sorry. Gut, in Ordnung. Wie ist es denn mit deinem Platz sieben? Auf meinem Platz sieben ist etwas, wo ich mir sicher bin, dass wir da jetzt drüber sprechen werden. Oh, ich habe eine Ahnung. Ich habe ein Spiel von... Wo du drüber sprechen wirst, ja. Nee, keine Sorge. Gibt es eine neue Netrunner-Folge oder sind wir bei Jungen? Hier, Wizards und Asmodee, krieg das mal irgendwie zusammen. Oder hier, Asmodee, mach einfach mal nur Netrunner. Da muss nicht, mach nur Android, da muss nicht Netrunner hinterstehen. Themenwechsel. Themenwechsel. Das Spiel ist von einer Autorin, die wir auf jeden Fall auch schon persönlich kennen. Wir haben mal einen Prototypen von ihr sogar getestet in München. Oh, kommt sie aus München? Sie kommt aus München. Sehr nette Autorin scheint. Rita Model. Habe ich mir gedacht, ja. Rita Model. Bekannt durch Men at Work und ein Spiel, das ich sehr mag, King of Twelve. Das ist wirklich so ein kleines Spiel. Super fix erklärt, innerhalb von 5 Minuten gespielt. Simpel, einfach, ich finde es einfach so elegant. Doppelt schließt sich aus, deine Zahl muss höher sein, außer die Karte sagt was anderes. Die Karten auch simpel, aber elegant. Einfach so ein elegantes Design. Also wirklich, hat mich da wirklich gut abgeholt. Ich habe jetzt ungefähr 10 Mal wirklich gesagt, aber wirklich. War ja auch wirklich in meiner Top Ten 2020. War ja auch in meiner Top Ten 2020 und davon kommt jetzt Council of Twelve. Das wird ein kooperatives Spiel, das aber auch diese Formen der Mechaniken, nehme ich mal stark an, integriert, wo man zusammen einen Würfel in der Mitte irgendwie den Zahlenwert auf einen bestimmten Wert manipulieren will. Und ich gehe mal davon aus, dass es auch hier so sein wird, dass sich doppelte Sachen zum Beispiel ausschließen. Das ist so mindmäßig, dass man auch nicht wirklich sprechen darf. Nehme ich an. Ich habe auch einfach nichts weiter dazu geguckt. Ich habe mir gedacht, Name gleich, ich sehe, wo das hingeht. Kooperativ, interessante Idee. Erstes Spiel, ich mag elegante Regeln, ich mag nur einfach intuitiv das, was du denkst, das ist, wie es auch funktioniert. Nicht so wie bei deinen Lieblingsspielen. Das Spiel, muss ich auch sagen, hat mich auch leider gar nicht abgeholt. Das ist aber kein Stichspiel, verstehe ich nicht. Ja, trotzdem. Aber ich fand, Man at Work fand ich gut. Müssen wir noch mal spielen. Wie gesagt, also das habe ich auf jeden Fall auf der 7, nicht King of 12, das werde ich ständig falsch sagen spielen. Council of 12. Okay. Hoffentlich gleich mit großem Stich. Genau, dann mein nächster Platz ist ein Spiel, das wir glaube ich auch nicht noch mal in der Liste sehen werden. Und zwar, ihr wisst ja, ich mag Krimi-Spiele, ich mag Escape-Spiele, ich mag so Rätselspiele in der Richtung. Und da gibt es auch immer neue Entwicklungen. Ich habe ja mit Stefan Anfang des Jahres auch ein Video gemacht, wo wir auch über alles aus dem letzten Jahr geredet haben und schon gesagt haben, das wird in diesem Jahr wahrscheinlich auch eben aufgrund der Corona-Krise auch noch explodieren, weil da hatten natürlich viele Leute Zeit, sich irgendwelche Dinge ausdenken zu lassen. Und mein nächster Platz ist Armelia's Secret. Darüber reden wir jetzt leider nicht. Das ist nämlich auch so ein Spiel, so ein Krimi-Exit-Spiel, ich weiß noch nicht genau, was es macht, weil es gibt noch nicht so wirklich viele Infos dazu. Außer, dass in diesem Spiel irgendwie so Gegenstandskarten drin sind, so ein Spiegel, ein Amulett oder sowas. Und wenn wir das halt spielen, dann verteilen wir diese Sachen auch wirklich im Raum. Legen die halt irgendwo hin, machen wir unser Handy und da ist ja so eine VR, Augmented Reality, ist ja gerade ganz modern. Und dann kannst du hier vielleicht auch sogar so eine Karte auf dem Tisch liegen haben und wenn du da ein Handy draufhältst, dann siehst du, wie da so eine Hand rauskommt und irgendwas macht. Und dann musst du halt da irgendwie mit Arbeiten rätselösen, Hinweise kriegen oder du hast halt irgendwie was da liegen und es ist ja irgendwie das Klavier, das du dann da an der Stelle siehst und dein Telefon draufgehst. Keine Ahnung, wie das wirklich funktioniert, was das macht, und das möchte ich auf jeden Fall auch gerne ausprobieren. Das spielen wir dann wahrscheinlich hier. Bei mir wird es auf jeden Fall spannend. Bei Ben brauchst du auf jeden Fall nicht groß im Raum rumzuwandern. Sondern da kannst du einfach dann, genau. Aber es ist spannend, weil ich finde ja, also ich sehe das mit den Handys immer ein bisschen kritisch, Einsatz von Technik und sowas, wenn der mal die ganze Zeit dabei ist, so QR-Codes einzuscannen und unglaublich viel damit interagiert. Das finde ich nicht so schön, bei manchen Spielen stört es mich nicht so doll. Vor allem, wenn es einen Mehrwert generiert, der irgendwie auch richtig gut ist, zum Beispiel, wenn es wie bei Destinys im Hintergrund dann die Story so weiterlaufen lässt. Aber das ist ja schon dann nochmal eine Weiterentwicklung. Hier sprechen wir jetzt tatsächlich von fast nicht mehr von einem Brettspiel. Es ist auch kein Computerspiel. Es ist ja irgendwie dann so eine Real-Life-Simulation. Ein Erlebnis. Ja. Ben zeigt uns hier gerade was und ich weiß nicht, ob man das auch irgendwie einblenden kann. Das wird bestimmt, also ja, da kommt dann so eine Hand raus. Augmented Reality ist halt etwas, was du nur mit der Technik machen kannst und damit setzt es frisch ein. Und ich würde es halt unter Erlebnishalt zu einordnen. Es gibt ja einige dieser Erlebnisspiele. Nightmare ging ja auch in so eine Richtung. War ja auch ein Erlebnisspiel, was du einmal spielen kannst. Genau. Ja, also vielleicht. Mehr weiß ich noch nicht drüber. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich in diesem Jahr rauskommen wird. Es ist irgendwie angekündigt und wenn es da sich jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Wenn er das streamen sollte, wird es auf jeden Fall sehr lustig für euch aussehen. Ja. Oh, das wird freaky. Ja, wenn wir das streamen. Na gut. Mein Platz 6. Wir sind in einem Bereich von einem Spiel, das spielt in einem postapokalyptischen Hintergrund. in einem dystopischen Australien. Da waren wir gerade schon mal. Aber okay, das ist glaube ich jetzt noch schlimmer, in dem wir sind. Zerstört von einem mächtigen Konzern. Das Spiel gab es schon mal auf Englisch. Ursprünglich 2015 in der First Edition. Dann gab es das über Kickstarter 2020 Second Edition und jetzt kommt es auf Deutsch raus. Es hat wieder einen hohen Story-Anteil. Story-Anteil. Auch schön. Du redest von wie ich. Ja, einen hohen Story-Anteil. Dementsprechend freue ich mich darauf wieder, wenn die Texte einfach auf Deutsch sind, dass man wieder die Emotionen einfach und die die Atmosphäre wieder richtig mitbekommt. Ich spreche über Waste Night. Die Second Edition. Die Second Edition. Ursprünglich von Galacta. Jetzt über Heidelberg Games. Ein bis vier Spieler. 45 bis 180 Minuten. Finde ich schön. Und das sagt einfach 45 Minuten pro Spieler. Also bei vier Spielern dann noch 180 Minuten. Heißt ja die Waldfee. Was passiert? Also es ist letztendlich einfach ein Abenteuer- Überlebensspiel, wo jeder von uns eine Art, naja, Held ist da mal ein bisschen übertrieben gesagt. Man ist halt so ein Überlebender, der sich da halt irgendwie durchkämpft und das Interessante daran ist, dass man Missionen hat, wo man entweder alleine ist und gegeneinander dann spielt. Ich weiß auch nicht, ob man an unterschiedlichen Orten vielleicht auch startet und die Story immer vorangetrieben wird. Es kann auch sein, dass auf einmal das Ganze wohl auch wechselt und man kooperativ vorgehen muss. Man hat auf jeden Fall verschiedene Handlungsstränge immer in so einem Abenteuer. Das Ganze wird mit dem Book of Tales, werden die Geschichten vorangetrieben. Man muss sich Ressourcen beschaffen, man muss Ausrüstung zusammenbauen. Klingt super, könnte ein bisschen die Problematik kriegen von dem Spiel, wo mir der Titel gerade nicht einfällt, was von dem Computerspiel abstand, wo wir in der Post-Apokalypte... Fallout. danke schön, genau. Fallout finde ich ja großartig. Ich habe gerade es wieder gespielt, das Originalspiel. Es hat immer noch die selben Probleme natürlich. Der eine Teil funktioniert gar nicht und wir haben es zu zweit gespielt. Zu zweit Solo. Kooperativ. Wir haben tatsächlich gegeneinander gespielt und es ist einfach schwierig. Das erhoffe ich mir, dass es hier... Das soll durch die Kooperweiterung deutlich besser werden, Fallout meine ich. Aber das ist schon lustig. Also ich habe von Wastennight selbst noch nie was direkt gehört. Was lustig ist, dass du den Vergleich mit Fallout anstrengst, weil dieses Wastennight vom Namen... Night, ja? Erinnert mich vom Namen her. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es kein Zufall ist, weil es thematisch so gut passt. Der geistige Vorvater von Fallout, also im Computerspielbereich, hieß Wasteland. Das waren ja auch alte Computerspiele und kann was damit zu tun haben. Da gibt es, glaube ich, einen gewissen Zug geschlossen. Und jetzt spielen wir die Nights halt letztendlich, die da in dieser Welt irgendwie überleben wollen. Ich freue mich darauf, wenn du mir die Regeln erklärst, damit ich sie nicht lernen muss. Mach ich gerne. Und wofür den ersten Teil? Von Wastennight? Nein, habe ich nicht. Ich wusste 2015 gar nicht, dass es das Spiel gibt. Das ist total an mir vorbeigefahren. Und den Kickstarter habe ich auch nicht mitbekommen, dementsprechend. Und das war aber alles Englisch, glaube ich. Und jetzt kommt es halt irgendwie auf Deutsch regulärer Vertrieb bei Highlander Games. Finde ich super. Bin ich auch gespannt drauf. Ich komme jetzt zu einem Spiel, bei dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, in welcher Zeit das spielen soll. Da reist man irgendwo hin, wo Menschen früher waren, um es jetzt wieder neu zu besiedeln. Und es ist ein Spiel von 2021. Okay. Ja, also eine Ausnahme auf dieser Liste. Von Alexander Pfister. Ah. Müssen wir da an der Stelle noch eine Pause machen? Da müssen wir eine Pause machen. Da müssen wir eine Pause machen. Das ist auch mein Platzhalter zum Teil mit für Great Western Trail zweite Edition. Das kannst du erzählen. Auf die bin ich sehr gespannt auch. Aber das machte mir zu wenig neu in dem Sinn. Es integriert ja nur ein ganz kleines bisschen aus der Erweiterung. Als dass ich das in die Liste so mit reinigen wollte. Genau, da wäre Argentino in New Zealand interessant. Aber es kommt ja erst ein Jahr später. Genau, richtig. Ich finde es gut, dass sie bei so einem Geist-Spiel eine neue Auflage ausbringen. Ich habe nur irgendwie gehört, dass es extrem teuer sein soll. Weil das Originalspiel kostet mittlerweile ja irgendwie so 40 Euro, glaube ich. Und wenn wir jetzt hier auf einmal über die 60 rübergehen, dann frage ich mich natürlich schon, was passiert hier? Also ist es das jetzt wert, diese Neuentwicklung? Ja, aber ich finde es manchmal ein bisschen schade bei solchen Spielen. Ich würde bei Brettspielen mal langsam damit rechnen, dass das eher der Normalpreis wird. Weil irgendwann gehen Brettspiele, also Brettspiele sind ja lange relativ preisstabil geblieben. Korrigiere mich, wenn ich mich irre. Abgesehen jetzt von Kickstarter-Geschichten und so weiter. Ich glaube, diesen Preis stabil. Die sind preisstabil teuer. Preis stabil teuer. Da habe ich vor kurzem schon etwas dazu gehört. Da sollte man durchaus damit rechnen, dass Brettspiele demnächst einfach mal so im Schnitt vielleicht 10 Euro teurer sind. Ist schon ganz schön was. Aber natürlich letztendlich, wenn es die Qualität dann auch wert ist. Aber bei dem Spiel, was es halt schon gibt, wo ich dann nur noch mal kurz drüber gearbeitet habe, habe die Qualität der Materialien vielleicht ein bisschen verbessert. Wenn du es schon hast, preisstabt von 50, 80 Prozent, dann ist es schon ziemlich hart. Wenn du es schon hast, brauchst du es sicherlich nicht, außer du willst, dass es mit den beiden weiteren Versionen, die dann kommen, im Schrank vernünftig aussieht, weil homogen. Aber wenn du es noch nicht hast, erstens wirst du die andere immer schwieriger kriegen und zweitens ist es schon die wertigere, als allein die Double-Layer-Boards. Ja, ja, natürlich. Aber es sind bis jetzt nur Gerüchte. Ich weiß es noch nicht. Ich werde nochmal, also mein nächster Platz, da wird es auch gleich einen Stopp geben, weil das bestimmt noch in den das zuvorraum wird. Habe ich im Vorgespräch schon mitbekommen. Aber da habe ich auf jeden Fall bei dem Autor auch schon hier in Göttingen im Keller gesessen. Stopp. Habe Funken Schlag zu sieb gespielt. Der Keller war krass. Sieht größer aus, als die Spiele-Burfe von der Spiele-Sammlung her. Stopp. Und ich kriege immer Hunger, wenn ich an das Spiel denke. Ich auch. Bevor wir jetzt noch Beef haben, deswegen. Ah, ich habe keine Ahnung, worüber er spricht. Sprechen wir über unseren Platz 5. Genau, also ich verrate den Titi jetzt noch nicht, wenn wir gleich mal haben, wo der Balkal kommt. Wir sprechen über meinen Platz 5. Wir sprechen über KS Platz 6. Und wir sprechen über Bens Platz, ich glaube, 9 oder 8. Sprechen wir über Boon Lake. Ah, nee, das habe ich doch nicht. Warte. Das war es gar nicht. Das war es gar nicht. Ups, ich muss nochmal zurück. Also Alexander Pfister hat ein neues Spiel rausgebracht. Es hieß, wo man irgendwie, dass er gesagt hat, er möchte jetzt eher so ein bisschen in Richtung Kennerspiele gehen. Und darum hat er jetzt Boon Lake rausgebracht, was ein Expertenspiel sein soll. Finde ich super. Alex, mach weiter so. Wir wollen mehr Expertenspiele von dir haben. Du liest mit ihm halt einfach auf einer Wellenlänge. Total. Das ist so ein Spiel, wo ihr beide sagt, so ein Kennerspiel. Und Ben und ich, wir sitzen ungefähr so da. Na, das glaube ich nicht. Ein bis vier Spieler, ca. 120 Minuten, wir siedeln am Ufer des Sees Boon Lake. So, das ist der Einstieg. Was wollt ihr dazu noch sagen? Ben will ich nichts hören? Stimmt, Ben weiß einfach nichts. Der hat bloß gesagt, ich bin Pfister-Fanboy. Genau, was absolut legitim ist, wenn man sich die Schaffensreihe anguckt. Es sind viele gute Spiele. Ich mag nicht alles, aber die reißen schon. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, weil wenn ich schon sage, ich freue mich da drauf und gerade ein bisschen weiter oben sollte ich was dazu sagen. Es ist sehr grob und kann auch sein, dass es nicht stimmt. Es ist dazu sehr wenig bis jetzt zu finden. Es gibt die Anleitung wohl schon, aber ansonsten nichts. Ich habe ein Foto vom Spielfeld gefunden. Genau, es gibt die Anleitung schon, runterzuladen. In den ganzen zehn Minuten, die ich danach geguckt habe. Die haben wir noch nicht gelesen. Richtig, ich habe die noch nicht gelesen. Aber zwei Elemente, die jemand anderes betont hat, der irgendwie die Gelegenheit hatte, dreiviertel Spielen mit Herrn Pfister auch eins zu spielen, war, dass es ein bisschen Elemente aus Bright Western Trail und Cloud Age tatsächlich kombiniert. In dem Sinne, also du bestimmst wieder ein bisschen das Spieltempo, wo du aussuchst, wo du hingehen willst, in der Action Selection sozusagen. Das ist irgendwie so eine Leiste und wenn du weiter oben gehst, sind stärkere Effekte und du bestimmst auch, wann das Scoring wieder ausgelöst wird. Wie genau, weiß ich nicht. Und Cloud Age erwähne ich, weil du erinnerst dich an Cloud Age, wann immer du was gemacht hast, hast du in der Regel einen Nebeneffekt für die Mitspieler ausgelöst. Und das soll es ja auch geben. Das ist eine Doppelaktion, von der ein Teil nur für dich ist und der zweite Teil auch für alle Mitspieler. Und das ist ja schon mal gut, weil wenig Downtime, selbst bei einem Spiel, wo ein bisschen mehr unterwegs ist. Und du bist interessiert auch daran, was der andere tatsächlich jetzt macht, nicht nur von der normalen Interaktion, weil du auch gleich noch was in dein Spiel mit einbauen kannst. Auch bei Concordia finde ich das immer toll. Oh, ich kriege was, ohne dass ich was mache. Und das zweite ist die Objectives, also wofür gibt es Punkte im Spiel. Das ist halt erstmal immer was anderes und bei Terra Mystica zum Beispiel liegt das einfach aus und du musst gucken, wie mache ich das in jeder Runde. Oder bei anderen Spielen hast du ein Privates, das keiner sonst kennt. Hier kriegst du am Anfang zwei, glaube ich, sind es zur Auswahl und dann suchst du eins davon aus und legst das eben dahin. Für jeden Spieler gibt es einen Slot. Bei weniger als vier Spielern wird der Rest zufällig aufgefüllt. Okay. Und dann entscheidest du auch noch, welches du in welcher Runde scorst. Und je später du es machst, desto höher die Anforderungen, aber desto mehr Punkte gibt es auch. Also wieder so, wie das meistens im Euro-Bereich ist. Stellschrauben, aber interessante Stellschrauben. Thema klingt auch ganz interessant. Du baust auch was und das Aufbau-Gefühl mag ich ja auch immer sehr. Man schafft was dann letztendlich. Auf jeden Fall sehr gespannt. Pfister hat mich bis jetzt noch nie wirklich enttäuscht. Ich fand mich alles super toll. Große Highlights, genau. Und das meiste zumindest gut zu Liede. Cloud Edge hat mich wirklich sehr abgeholt. Und leider inzwischen schon wieder raus aus der Wahrnehmung. Schade. Wie das manchmal so ist, ne? Mein fünfter Platz. Moment, ich glaube, Karl kommt erst mit seinem fünften. Ach, das war ja, genau. Das war mein fünfter. Ja, wir springen hier wild hin und her. Mein fünfter Platz ist, glaube ich, einen, den ich für mich alleine habe. Ich habe hier ein bisschen geschummelt. Ist kein irgendwie komplett neues Spiel oder sowas. Ich werde nachher nochmal schummeln. Sondern es ist eine Weiterführung eines Systems. Und zwar eines Systems, das ihr auch schon gespielt habt. Das wird, das darf ich jetzt nicht sagen, das klingt komisch, das wird CoC abgekürzt. Und ich habe das Grundspiel davon gespielt, Chronicles of Crime. Das fand ich okay. Viele Leute streiten sich bei Chronicles of Crime ja durchaus auch mal, wie viel Spiel ist drin? Gerade beim Grundspiel. Oder eine App und so. Weil es viel App hat und so weiter. Das ist nicht so mein Ding. Mich hat das Grundspiel, ich fand das okay. Mich holen jetzt Standard-Krimi-Fälle irgendwie in der Gegenwart nicht so ab. Das kennst du immer alles, ne? Das ist doch das, wo man die QR-Karte Du scannst die ganze Zeit. Genau. Du entscheidest im Prinzip, was du scannst. Ja, genau. Nee. Und jetzt ist es so, für mich war es so, die ganzen weiteren Auflagen erst Noir, wo du dann so ein 20er Jahre, nee, ein 40er Jahre Detective warst. So hardboiled, Privatdetektiv, nach dem Krieg und so. Das fand ich schon besser. Du hattest auch mehr Möglichkeiten und konntest zum Beispiel irgendwie jemanden beschatten oder irgendwo einbrechen. So als Zusatzaktion. Und jetzt gibt es ja die Millennium-Reihe. Davon habe ich von 1400 ein Teil gespielt, dann von 1900 und es wird einfach von Version zu Version finde ich besser und interessanter und kriegt auch mehr Spiel. Du solltest dir 1900 mal angucken, das bekommt nämlich wirklich auch Krimi-Spielelemente im Sinne von, dass du Rätsel löst. Die kommen da rein. Also es hat sich am meisten wie ein Spiel angefühlt. Und ich habe jetzt aber hier, ich rede ja erst seit ungefähr vier Minuten drüber, Chronicles of Crime Millennium 2400. Das wird die Cyberpunk-Reihe. Das holt mich total thematisch ab. Und das heißt, wir kriegen das Chronicles of Crime System, das gut ist, um Geschichten zu erzählen. Das muss man einfach schon mal festhalten, indem wir halt dann irgendwelche, ich weiß nicht, ob es auch Kriminalfälle werden, auf jeden Fall irgendwelche Mysterien lösen müssen, eben in einem Paris, das ein Cyberpunk-Paris ist. Da kann ich mir das mit dem Einscannen aber auch viel besser vorstellen. Da wird es auch im Cyberspace geben. Also dann haben die Leute irgendwie Avatare, von denen du aber nicht weißt, zu wem sie in der Echtwelt gehören und du kannst in jeder Mission wohl verschiedene Implantate mitnehmen, sodass du unterschiedliche Fähigkeiten hast. Da haben wir euch ein Buch zugelesen. Und zu Avatar und so mit Leuten, die rumlaufen. Ah ja. Mit Holographischöfe, Brötzungen, das war ganz cool. Genau, also das Thema passt, das System ist immer besser geworden mit jeder Iteration, deswegen bin ich da sehr gespannt. Soll auch jetzt rauskommen? Das kommt auch noch dieses Jahr zu Oktober, meine ich. Genau, es steht für Oktober, mal gucken, wann es wirklich kommt. Meine Liste ist schon sehr essen-lastig tatsächlich. So, jetzt noch mein fünfter Platz. Wir mögen ja durchaus Regeln in Spielen. Das Schöne ist, bei diesem Spiel sind die Regeln super einfach. Die erste Regel des Spiels ist, du redest nicht über das Spiel. Die zweite Regel des Spiels ist, du redest nicht über das Spiel. Die dritte Regel lautet, wenn jemand Staub schreit, sofort auf. Das passt auch sehr gut. Die vierte Regel ist, nur zwei Leute auf einmal. Passt bei dem Spiel auch sehr gut. Mein absoluter Alltime, Nummer eins Lieblingsfilm, Fight Club bekommt ein Spiel für genau zwei Personen. Da ist es so lustig. Wo man nicht so wirklich viel drüber erzählen kann, ohne den großen Twist des Films vorwegzunehmen. Aber es ist halt ein Zwei-Spieler-Spiel. Es gibt ja zwei Charaktere in dem Spiel und die versuchen so gegensätzliche Ziele in diesem Deckbauspiel zu erfüllen. Es spielt halt auch an einem gemeinsamen Deck. Und ich habe mich da schon so ein bisschen auseinandergesetzt. Ich war ganz froh dann. Das ist irgendwie schon seit vier Jahren in der Mache. Aber im letzten Jahr gibt es irgendwie einen Designer, der auch schon bei ganz vielen FFG-Kartenspielen mitgemacht hat, der irgendwie neu eingestiegen ist und einfach gesagt hat, alles weg, ich mache das jetzt nochmal komplett neu und halt eben wirklich gesagt, zwei Personen spielen an einem Deck. Klingt erst mal super spannend. Filme, die ein Spiel rausbringen beziehungsweise Spiele, die auf Filme sehen, da läuten wir mir normalerweise sämtliche Alarmglocken. Das sind 20 Jahre. Ja, weil das ist dann immer so eine, man hat keine Idee oder man hat irgendwie gerade Geld übrig und irgendwer findet irgendwie so ein Spiel toll und dann macht man da was draus und um Gottes Willen, dann nimmt man einfach nur am besten auch die Fotos aus dem Film noch mit. Das ist ja in der Regel, wenn es zeitlich aktuell ist oder so ein richtiger Dauer. Aber ja, dann ist es noch schlimmer schon 20 Jahre alt. Würdest du sagen, es könnte hier in diese Richtung gehen oder würdest du sagen, nein, hier hat man tatsächlich festgestellt, dass es eine geile Idee ist und hat dann überlegt, Mensch, da gibt es auch noch einen Film dazu. Also ich glaube, die Idee wird schon cool sein und wird auch Leute, die das Buch und den Film, wobei da der Autor des Buches sagt, er findet den Film geiler als sein Buch, weil das schon in eine andere Richtung geht, das ist ein bisschen anders umsetzen und da hat mehr Fanfluss und gucken, was er nachher zum Spiel sagen wird. Also nachdem, was ich bisher davon gehört habe, bin ich halt neugierig drauf, weil es halt mein Lieblingsfilm ist, der ins Spiel bekommt. Das ist jetzt halt nicht so wie Battlestar Galactica das Spiel zur Serie, dass man sagt, boah, die ist total geile Umsetzung. Zurück in die Zukunft. Hat mich total geflasht, dass es rauskam. Ich fand es richtig klasse, wirklich auch mit diesem Aufbauten, da wo du das Rathaus hast und den DeLorean hast. Genau, da fielst du den Film nach quasi. Hier ist es ja so ein Aspekt des Films, der quasi rausgenommen wurde. Ich bin einfach neugierig drauf. Zwei Personen, die gegeneinander von einem Kartentext spielen. Das fasst den Film sehr gut zusammen. Finde ich großartig. Das fasst es wirklich sehr gut zusammen. Da kann ich dann erst mehr zusammen, wenn es da ist. Ich hoffe, dass es in Essen noch wirklich rauskommen wird. Irgendwie Gen Con, man konnte es vorbestellen und es war auch schnell irgendwie ausverkauft. Deswegen hoffe ich, dass ich irgendwann welche anzukomme. Bei welchem Verlag kommt es raus? Das ist kein Deutscher auf jeden Fall. Das ist irgendwie so ein... Ist auch eine englische Version. Eine englische Version. Aber gut, das ist bei so einem Spiel dann wahrscheinlich nicht so schlimm. Genau, Mondo Games. Die haben tatsächlich auch, wie heißt es hier, mit den Superhelden, die gegeneinander spielen, die historischen Charaktere. Du hast mich in einer äußerst seltsamen Phase meines Lebens getrunken. Hier wäre es Unmatched. Genau. Unmatched haben die gemacht. Die machen auch relativ viel, was so auf Film basiert und da bin ich einfach mal gespannt drauf. Kommt eigentlich dieses Jahr noch was zur Erweiterung? Ja, Deutsch kommt noch ein komplett neues Basisset raus. Und auf Englisch kommt noch die zweite Volume Edition. Doch, beides. Ah, sehr gut. Dann haben wir an der Stelle auch erwähnt, Unmatched, zweite Startup-Box. Karl ist ja gerade eben schon so ein bisschen hin und her gesprungen in den Zeiten, war dann auf einmal sehr, sehr weit in der Zukunft. Ben ist jetzt gerade 20... Ben ist gerade irgendwo 20 Jahre zurückgrübt. Ich springe jetzt... Das rechne ich auch nicht aus. 1347 ist der Jahrgang, wo ich jetzt mit euch hin möchte. Italien, eine Hafenstadt, die häufig von Schiffen angefahren wurde, hatte allerdings das Problem, dass damals zu der Zeit auch ab und zu vielleicht man nicht fest mit in die Stadt kommen konnte. So sag ich jetzt Stopp? Nein, sag ich nicht. Nein? Ja, schade. Das wäre geil gewesen. Ich hab mich da auf dich verlassen. Ja, okay. Also wir reden über Messina 1347. Oh Gott. Super, oder? Das wird ein Fest. Von der Story her bin ich sehr gespannt, ob das jetzt wirklich einfach nur der Hintergrund ist und der steht vorne im Flavortext und man kriegt davon nichts mit. Hast du in den Zusammenhang gerade Story erwähnt? Ja, 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 natürlich. Genau. Das Zitat Flo, Eurogame, das Thema stört nicht. Das ist manchmal so, ja. Manchmal ist es auch so, dass es einen richtig mit ist. Als ich den Titel das erste Mal gehört habe, dachte ich, es geht um Flugzeuge. Bei welchem Eurogame war das nochmal so? Ich weiß nicht, wovon wir reden. Also, Folgendes passiert hierbei. Ihr seid Mitglieder einer adeligen, reichen Kaufmannsfamilie und ihr wollt jetzt aus der Stadt raus, weil die Pest dort grassiert. Ihr wollt raus in eins der anderen Stadtviertel außerhalb der Stadt oder vor die Stadt. Wollt dort eure neue Siedlung, euer neues Domenzil aufbauen und trotzdem probiert ihr aber auch die Stadt immer noch zu retten, weil ihr wisst natürlich, okay, in der Stadt, da ist der Reichtum, da ist eure Macht. Es hilft nichts, wenn ihr jetzt auf einmal auf dem Dorf nur noch lebt. Also probiert ihr erstmal Leute zu retten aus der Stadt, vor der Pest. Ihr probiert die Pest auch noch einzudämmen und dann müsst ihr aber auch wieder zurück in die Stadt und jetzt kommt das Interessante. Ich habe mich mit dem, ich habe mich noch nicht beschäftigt, aber wenn es so ist, wie bei Flotilla, dass du quasi auf einmal switchen kannst und hier switchst du nicht selbst, sondern das Spiel switcht auf einmal. Zwischen Dorf und Stadt sozusagen. Ja, genau, dass du auf einmal, dass du sagst, okay, und ab Runde 5 von 10 oder sowas, dann auf einmal wechselt man und jetzt geht man wieder ein Stück zurück in die Stadt und bis dahin hat man eine gewisse Vorbereitung gemacht oder man kann es noch besser selbst entscheiden. Stell dir mal vor, es könnte ja so ein Risk vs. Reward Ding sein, du kannst ja schon vor allen anderen in die Stadt zurückgehen für den Vorteil, aber die Pest ist noch da. Klingt nicht nach dem Euro, was wir beschreiben, aber klingt nach einem guten Spiel. Dann ist da noch ein Autor, der dürfte auch dem einen oder anderen bekannt sein und zwar Wladimir Suchy. Prager Capodreken letztes Jahr. Ander Water Cities. Genau. Ich sage mal, es hat noch ein anderer Autor gemacht, aber ich sage mal, der kann schon mal was. Das Thema klingt gut. Wenn das Thema auf den Mechanismus umgesetzt wird, dann wird das ein richtig interessantes Spiel. Das werden wir in der Woche nach Essen hier auf dem, also nicht hier, aber auf dem Kanal gesehen. Endlich wieder mal italienischer Kaufmann im Mittelalter. Carlos, das dürfte ja. Vier. Also ich bin ein Kaufmann im Weltraum. Ich habe hier meine einzige Erweiterung, die übrigens 2021 erscheint. Und zwar ist es von dem Macher von Klonk Legacy zum Beispiel. Das war ein gutes Spiel. Gut, das können nicht alle am Tisch Ahnung von guten Spielen haben. Und zwar ist es Dune Imperium Rise of X. Bitte sitzen bleiben, nicht aufstehen und den raubverlassen. Nee, geh ruhig, dann haben wir mehr Zeit. Wir übernehmen deine Zeitslots. Kann ich mehr darüber reden. Das ist eine Erweiterung. Ich habe es auf die vier deswegen gepackt, unter anderem, weil es eben nur eine Erweiterung ist und es ist auch die einzige, die ich hier drin habe. Ich habe an Chronics of Crime war streng genommen auch schon ein bisschen gecheatet. Standalone. Was macht das? Es gibt natürlich mehr von dem, was das Grundspiel ausgemacht hat. Und das Spiel war eine Erweiterung. Aber eventuell auch ein paar Schwächen aus, die einige Leute hier am Tisch vollkommen überbewerten. Und zwar ist es so, dass ein Teil des Boards überdeckt wird und noch neue Felder dazukommen. Die insgesamtzahl der Felder bleibt aber gleich. Was war beim bisherigen Spiel so eine der Sachen, die ein bisschen, also nicht so wahnsinnig interessant war. Du konntest mit dem Spice nicht so viel machen. Also, du konntest mit dem Spice ja nicht so wirklich viel anfangen, sondern eigentlich nur so zwei Aktionen damit auslösen oder ist ein Geldumwandeln das Geldumwandeln fällt einfach weg. Das kriegst du damit nicht mehr. Dafür kann man sich jetzt aber mit dem Spice dauerhafte Verbesserungen, die man für den Rest des Spiels hat, besorgen. Oder man exportiert es und geht auf einer Leiste vor und entscheidet sich immer, gehe ich jetzt weiter, um dann, wenn ich sie aktiviere, mehr Boni auf einmal einzukassieren oder löse ich es jetzt aus, um jetzt die Vorteile zu haben. Das ist mir wichtiger, das jetzt. Auch kein jetzt super komplizierter Mechanismus, aber nochmal eine Stellschraube mehr dran. Natürlich mehr Karten für den Deckbau-Aspekt, der das manipuliert und ein paar langweiligere Felder, sag ich mal, in dem Landsrat-Bereich, der grüne Rumpen. Den wir kaum benutzen, wenn man an wichtigen Feldern bestimmt sagen, da gibt es ja zum Beispiel so ein Feld wie für Geld vier Truppen in die Garnison bekommen. Das ist durchaus nicht ein dummes Feld, weil dann unten, wenn du dann auf Tune arbeitest, immer diese zwei Truppen extra reinschieben kannst. Ist halt nicht so spannend. Das Feld zum Beispiel kommt weg und damit kannst du jetzt eine spezielle Truppe kaufen. Dreadnaughts. Dreadnaughts. Also haben sie schon gemerkt. Genau. Und die Dreadnaughts, das sind dann Eihatten, die zum Beispiel nicht wegkommen und wo du selbst wenn du normale Kämpfe gewinnst, diese Ortsboni besetzen kannst für eine Runde. Also es kommen eben noch ein paar Sachen ran. Die Komplexität geht dadurch nochmal ein Stückchen hoch, denke ich. Das Spielgefühl war sowieso schon super. Ich rede dieses Jahr bestimmt nochmal in anderen Videos darüber. Bestimmt. bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Freue ich mich sehr. Werden wir auch spielen auf diesem Kanal. Vielleicht nicht mit Ben. Vielleicht nicht mit Ben, lieber. Das hören wir es ja auch selbst, wenn das jetzt rauskommt und Karl sagt mir, das ist voll gut, dann hilft mir das nicht viel. Ah, wer weiß. Vielleicht überzeugt es dich ja mit der Erweiterung. Mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Ich denke auch nicht. So, mein Platz Nummer 4 ist auch, wahrscheinlich Standalone, aber es wird doch eine Erweiterung sein von einem Spiel, wo ich am Anfang des Jahres gar nicht wusste, dass es kommen soll. Das war auch immer da. Ich habe es gespielt. Ich habe mich in meine Jugend zurückversetzt gefühlt, wie damals, so als Kind, Teenager, wo ich halt so Spiele gespielt habe, wie irgendwie Day of the Tarkil, Maniac Mansion und dann gab es halt Kind... Und da sprechen wir gleich drüber. Okay. Dann gebe ich mal ab an Flo. Also wir sprechen in einer kleinen Pause drüber. Wir machen erst noch kurz eine weitere Runde und dann könnte es sein, dass wir vielleicht drüber sprechen. Es gibt ein paar Doppelungen. Genau. Das ist einfach so großartig. Natürlich kommt es rein. Ich packe erst mal meinen Tisch Platz 3 auf den Tisch. Und das ist ein Spiel, das haben wir tatsächlich schon gespielt auf dem Kanal hier. Ben hat es schon. Ich habe es einmal schon spielen dürfen. Ich möchte es aber unbedingt mehr spielen. Ben gibt es aber verständlicherweise nicht her. Dementsprechend muss ich mir das selbst besorgen. Und zwar... Die verlorenen Wörter. Die verlorenen Wörter. Ich empfehle euch das Video sehr. Das hat viel zu wenig Klicks dafür, weil es natürlich Wörter im Text drin hat. Und deshalb guckt es keiner. Wenn ihr mal sehen wollt, wie Dave Ben richtig abzieht. Und ein taktisches Meistergenie ist. Und du machst ja auch eine sehr schöne Analyse mit einem gewissen... Ich habe alles gegeben. Genau. Richtig. Sollte man sich angucken. Nein. Ich spreche über Mantis Falls. Interesting. Also wirklich ein hammer gutes Spiel. Ja, das ist sehr gut. Das richtig Spaß macht. Und zwar folgende Geschichte. Ihr seid in einer Stadt. Ihr seid ein Zeuge. Ihr müsst raus aus der Stadt. Ihr habt noch jemanden, der wird euch bekannt gemacht. Also ihr habt den auch an eurer Seite. Und es wird gesagt, das ist auch ein Zeuge. Der muss auch mit aus der Stadt raus. Und jetzt habt ihr in so einem düsteren Noir-Setting. Es regnet natürlich. Ja, genau. Die Straßen scheinen so erst verlassen zu sein. Man kann zu zweit spielen oder zu dritt. Zu zweit hat man zwei Karten, die man zieht. Der eine ist ein Zeuge. Der andere ist ein Killer. Oder auch ein Zeuge. Das sind insgesamt drei Karten, die man hat als Auswahl. Davon zieht man zwei. Man könnte es auch zu dritt spielen. Dann hätte man vier Karten. Man weiß nie 100 Prozent, ob ein Killer dabei ist. Und das ist richtig spannend. Und der Zeuge hat eine Karte, womit er den Killer zu 95 Prozent töten kann. Der Killer könnte was dagegen machen, aber muss halt nicht sein, dann stirbt der Killer. Dann könnte er dann sagen, der Zeuge kann den einfach umbringen, den Nachbarn. Nein, weil der Zeuge hat das Ziel, er muss mit dem anderen Zeugen die Stadt verlassen. Das heißt, man kann einfach nicht den anderen umbringen, so freut sich es selber, sondern man muss ja sagen, vielleicht ist das auch der Zeuge. Dann müssen wir beide ja zurück. Der Killer hat natürlich das Ziel, dass der Zeuge nicht die Stadt verlässt. Und das ist so spannend. Das ist halt ein Betrugs-Bluff-Spiel. Ein manchmal kooperatives Spiel. Ein manchmal kooperatives Spiel. Und wir haben eine Partie gespielt, ihr habt vier Partien gespielt. Wahnsinnig gut von der Stimmung. Macht richtig viel Spaß. Kommt bei Schwerkraft raus. Und da wir so gut befreundet sind, haben wir immer gedacht, der jeweils andere ist der Killer. Ich habe sechs Partien gespielt. Ich war immer, immer der Zeuge. Ich weiß noch nicht, wie sich das Spiel als Killer anfühlt. Er hat mich auch, also ich war Zeuge und er hat mich gnadenlos umgebracht, weil er mir nicht getraut hat. Er hat Zeuge gespielt und mich festgesetzt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, ist alleine vorgelaufen. Er hatte keine Argumente dafür. Oh doch. Sein einziges Argument war, ich glaube, du bist der Killer. Das hat den meisten Fan noch bestimmt. In unserer Partie habe ich dich angegriffen und habe aber das so gut begründet, hoffe ich, dass du trotzdem geglaubt hast, es ergibt ein bisschen Sinn, dass ich glaube, dass du der Killer bist und ich bin ein Zeuge. Flo hat die ganze Zeit gelogen, selbst wenn es gar nicht nötig war, weil er meinte, dann übelst du mal ins Lügen reinzuholen. Ja, natürlich. Ich habe immer die ganze Zeit... Es ist auch schwierig natürlich, wenn du auf einmal punktuell dann lügen musst. Hattest du nur gute Karten? Nee, ich kann da nichts. Mentis Falls ist, wenn man es das erste Mal sieht, also die Verpackung und so weiter und das Least, also die Beschreibung, sehr atmosphärisch. Dann packst du es aus, siehst du die Karten und denkst du, okay, das wirkt jetzt erst mal relativ abstrakt tatsächlich. Karten auslegen und so weiter. Dann spielst du es, dann wird es wieder atmosphärisch. Das ist dann so ein Mix, ne? Das ist schon mechanisch. Es ist auch da abstraktenehmende, mechanisch, aber trotzdem irgendwie, die Stimmung ist da. Und es ist ein verdecktes Rollenspiel, das zu zweit ganz hervorragend funktioniert. Das ist ehrlich gesagt ziemlich selten. Die meisten sind einfach ab drei. Ja, mein Platz drei. Und ich habe es schon zu dritt gespielt, ich würde es lieber zu zweit spielen. Interesting. Englisch heute. Mein Platz drei hat etwas mit einem Essen zu tun. Nicht mit der Stadt, sondern mit Essen. Mit dem Bööf. Bööf Stroganoff. Muss ich noch warten? Nein. Das ist gar nicht drin. Nicht? Das ist gar nicht drin. Ich habe mich darauf verlassen. Ich kann aber nicht wirklich auch denn nur zehn Spiele. Das stimmt. Mein Wechselplatz. Du hast ungefähr in jedem zweiten Video angekündigt, dass du dich auf dieses Spiel freust. Das ist richtig. Aber ich muss es trotzdem drin lassen. Also wie Ben das schon angedeutet hat, es ist auch lokalen Patriotismus. Der Autor Andreas Steding kommt aus der Gegend, dürfte euch aber trotzdem auch bekannt sein durch Gugong als neuestes oder neueres Werk und der Klassiker von ihm ist Hansa Teutonica. Genau, Firenze hat auch gerade eine Kickstarter-Edition und war es ja neu bekommen. Der Leumund ist da gut. Richtig. Hansa Teutonica hat das Autor geben aus dem Jahr 2014. Warum habe ich das in der Liste? Ich bin jetzt ja gar nicht, von uns dreien bin ich wahrscheinlich schon der, der bei Juros auch mit am kritischsten ist. Ich mag das, aber ich mag nur spezielle. Und hier ist es so, das Thema finde ich eine angenehme Abwechslung. Mal gucken, wie sehr das dann rauskommt. Aber wir gehen halt mal in Sibirien des 16. Jahrhunderts, das ist es glaube ich, genau, die Zeit, die vor allen Dingen für das Wort Strockern noch, wahrscheinlich die russische Herrschaftsfamilie. Oh Gott, ich sage jetzt lieber nichts mehr. Inhaltlich kenne ich mich damit nicht aus. Aber ich glaube, dass das daherkommt und es geht halt darum, dass wir uns Richtung Osten ausbreiten, Felle erbeuten. Ja, ich weiß, Fellhandel, wir sind im 16. Jahrhundert und wir machen es nur auf Pappe. Es wurden, glaube ich, bei der Herstellung des Spiels keine Tiere verletzt. Das hoffe ich, sonst würde ich es nicht. Nur Bäume gefällt, das ist nicht so viel besser. Vegetarisches Spiel. Das ist ein vegetarisches Spiel und müssen dann wohl oft Entscheidungen treffen, wie weit wollen wir uns davor wagen, wo wollen wir irgendwie einen Außenposten errichten, wann wollen wir Ländereien erwerben. Also viele Abwägungsfragen, aber tatsächlich ist es hier nicht so sehr die mechanische Seite, weswegen ich das auch so weit oben hingenommen habe. Ihr werdet inzwischen wissen, ich stehe auf eine tolle Präsentation. Brass Birmingham würde ich mir, wie gesagt, an die Wand hängen und auch beim Skyf, zum Beispiel, wirklich fantastisch. Dieses Spiel hat auch wirklich ein sehr, sehr schönes Artwork. Und ich finde Präsentationen, so wichtig Mechaniken sind, 50% vom Spiel, manchmal mehr, je thematischer das Spiel, desto wichtiger ist die Präsentation. Die ist hier großartig. Ich kenne Sachen von den Autoren. Das ist auf jeden Fall ein hohes Niveau, das uns hier erwartet. Ich bin sehr gespannt. Möchtest du da noch was? Ich kann mich eigentlich noch anschließen. Ich habe da ja auch schon in dem GenCon-Video drüber geredet, dass ich das halt auch da gesehen habe und auch echt spannend für eurem BGG-Vorschau-Video, in einem von meinen Videos. Ich bin da einfach, das sieht interessant aus, auch mechanisch, soll das auch so eine ganz interessante Art verzahnt sein, wie man das auch nicht so aus normalen Spielen kennt, sondern dass es noch teilweise eben eine neue Art hat, über diese Mechanismen und Sachen, die man da möchte nachdenkt. Vom Niveau her, maximal Kennerniveau oder eher höher? Also wenn, dann Höheres. Es sieht schon sehr komplex aus. Ich glaube, es wird kein Brecher-Expertenspiel sein, es wird, glaube ich, so an der Grenze sein. Zu früher würde man wahrscheinlich sagen Expertenspiel. Heute eher. Heute würden manche Leute sagen, ja, gehobenes Kennerniveau. Ich glaube, das ist nichts, was ich, glaube ich, dem Flügelschlagspieler erstmal so in die Hand drücken würde, hier spitzte. Aber vielleicht eins, wo ich einen interessierten Flügelschlagspieler, wenn ich das schon kenne, sage, komm, ich kann dir das erklären und dann kannst du es mitspielen. Es sieht halt auch schon voller aus. Also auf dem Brett sind schon, da passieren mehr Dinge gleichzeitig als bei dem doch sehr klar lesbaren Flügelschlagbrett. Ja. Gut. Das war meine Platz 3. Ja, ich werde heute immer abgewürgt und ich werde jetzt auch wieder abgewürgt über mein Spiel. Vermute ich einfach mal mit Kari gleich reden, weil es hat das gleiche Thema wie ein Spiel aus diesem Jahr, was ich persönlich eine mittlere Katastrophe finde. Ja, also wir reden gleich darüber. Gut, dann komme ich zu meinem Platz 2. Mögt ihr Monkey Island? Mögt ihr Day of Tentacle? Mögt ihr Manic Mansion? Mögt ihr meinen vierten Platz? Mögt ihr Bands vierten Platz? Werde ich abgewürgt? Karl hat damit nichts zu tun. Kantaloup. Ich wusste doch, dass das vorkommt. A Hack of a Plan. Ja, hammergeil, oder? Das war einer der Bereitschungshits des Jahres für mich. Überraschung auf dem Schirm gehabt. Total, Friedemann-Friese. Manche Leute würden sagen, das ist ja ein Buch, das ist ja kein Brettspiel mehr. Manche würden sagen, das kann man auch lieber auf dem Computer spielen. Ja, könnt ihr. Aber hier sitzt man einfach zu zweit nebeneinander. Das würde man im Computer spielen. Ganz früh haben wir es vielleicht auch Adventure zu zweit gespielt. Aber es macht einfach sehr viel Spaß. Die Grafik ist super. Friedemann-Friese. Friedemann-Friese. Oh Gott, Friedemann-Friese, genau. Friedemann-Friese, Entschuldigung. Ich wollte genau eigentlich den Fehler vermeiden. Und der zweite Teil ist auch noch grün auf dem Cover. Ja, genau. Das stimmt. Detektionsspiel mit einem hohen Taktik und... Nee, nee, Detektionsspiel. Das ist so ein... Wie heißt es? Point and click. Point and click. Mit einem hohen... Humor. Es ist schon so ein bisschen herausfinden, wo man hin muss. Wir haben ja schon im ersten Teil, sollten wir nicht spoilern, aber... Also in der Regel redet man auch bei Point and click Adventures von Puzzles, wenn es um die Herausforderung geht. Ja, so dieser Klassiker. Du hast irgendwie den Hamster, dem ist kalt, der braucht einen Pullover, dann musst du den Pullover in die Wachmaschine tun und den irgendwie 100 Jahre lang wachst und dann platz dem... Das ist einmal ein Kombinationswitzel. Genau, solche Geschichten. Mit abstrusen Ideen, wo du denkst, okay, das ist jetzt... Es macht Sinn irgendwie, aber es ist halt auf dieser Comic-Ebene. Deswegen sind die Humordinger so in Erinnerung. Genau, super. Ich wollte nur ganz kurz sagen, von der Story her, wir machen ja einen Racheplan. Und ganz am Anfang haben wir ja schon so kriminell ein bisschen was herumgetüftelt und da geht es in die Richtung... Und dann kommt mit einem gewissen Humor da auch rein, dass du manche Sachen machst, wo du so einen Augenzwinkern dabei hast, wo du dann auch manchmal eine Karte ziehst, wo dann so draufsteht, also nicht jetzt, du hast nicht das Erhoffte geschafft, was weiß ich, die Tür geht auf, sondern du kriegst halt irgendwie so einen Nerd-Award. Herzlichen Glückwunsch. Du bist besonders klug, schräg, schräg, dumm. Genau. Das war total sinnlos, aber weil du diese Idee hattest, jetzt bist du einfach der oberen Teil. So versteckte Easter Eggs irgendwie da mit drin. Das fand ich schon super. Und jetzt im zweiten Teil ist es so, du bist jetzt vorangeschritten, so viel kann man glaube ich spoilern, mit dem, was du im ersten Teil vorhattest. Du willst ja so einen großen Plan verfolgen, dem Oberbösewicht der Stadt, an dem wirst du dich noch rächen, weil der hat dafür gesorgt, dass du lange Zeit aus der Stadt vertrieben warst und jetzt kommst du wieder zurück und der lebt in seiner tollen Villa da und du hast ja einen tollen Plan. Du bist auch der Bürgermeister, meine ich. Und Oz, ich glaube er heißt Hook mit Spitznamen, den Charakter, den wir spielen. Genau, der will sich daran rechnen. Ich weiß nicht, ob es der Bürgermeister ist, auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannt. Was ich mich halt frage, ist ein bisschen, das erste Spiel lebt ja auch davon, dass der Hauptcharakter natürlich auf eine bestimmte Art charakterisiert ist. Der Hauptcharakter wechselt, also das Bild wechselt, spielt man jetzt den anderen. Da bin ich halt gespannt, ob das genauso funktioniert. Nee, nee, du spielst nicht den anderen. Du spielst den gleichen, der ist noch auf dem Cover. Ja, ich glaube, du spielst immer noch den. Du spielst mich noch nicht drin. Ob ich ein Spiel weiß, es kommt und ich werde es auspacken und spielen mich hoffentlich freuen. Das Interessante ist halt, warum das so clever gewählt ist. Es gibt einen Grund, warum diese Adventures, die ihr beide genannt habt, an die das erinnert, dass das eben diese Comic-haften, humoristischen sind. Weil das eben ermöglicht, eine bestimmte Bandbreite an Rätseln zu machen, die ein bisschen abstruser sind, aber immer noch dann in einer internen Spiellogik verankert werden. Und bei einem ernsteren Spiel gibt es dann viele Sachen, da hat man auch das Gefühl, okay, diese Rätsel wirken müde. Ja, genau. Das passiert dann halt. Genau, das ist einfach dann nicht schlimm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass es halt dich auch dafür belohnt, für Wege, die nicht zum Ziel führen, die man aber eben ausprobieren könnte. Und auch so Dinge wie, ich mache das einfach fünfmal oder sowas. Und das ist der kleine Extraschritt, den ganz viele Krimi-Spiele nicht geben. Und dann steht da, wenn du das fünfmal probiert hast, dann lies jetzt woanders nach. Und denkst dir, ja, 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 es hat funktioniert. Ich habe fünfmal auf die Türklingel gedrückt. Und dann so, was? Die Nachwirt schmeißt einen Blumenkasten von oben runter. Ich kriege eine verfixte. Ja, ja. Großartig. Übrigens gleichzeitig verhasstes Spieldesign bei alten Point Click-of-Adventure. Mehrfach das Gleiche machen, bis was anderes passiert. Aber hierzu. Ja, und wird auch ein dritter Teil von rauskommt. Dann im nächsten Jahr wird da eine Trilogie werden. 30 Stunden, wenn man alles spielt. So zehn pro Partie ungefähr. Und das ist auch, man kann das natürlich Solo spielen. Aber ich hatte da zu zweit und zu dritt eigentlich schon der meisten Spaß. Dann kann man die Gespräche dann so vorlesen. Und kommt halt auch auf eine Idee. Man hat auch immer im Originalspiel zwei Pfade gehabt, die man so folgen kann. Das heißt, wenn man in der Einstellung nicht weiterkommt, kommt man da weitermachen. Da hat man vielleicht mal eine neue Idee gefunden. Schönes Hilfesystem. Also wirklich toll. Holt euch jetzt, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, den ersten Teil. Ich rechne auch mit mehr Spielen, die diese Art von System verwenden. Abenteuerspiele gibt es ja schon ein paar, aber das ist wirklich so diese Form mit dem Buch und so weiter. Das wird nicht nach den dreien zu Ende sein. Außer es verkauft sich ganz schlecht, was ich nicht glaube. Ich werde alles dafür tun, dass es gut ist. Du kaufst also tausend. Na, ich mach zumindest ein bisschen Werbung dafür. So. Platz zwei. Wir sind bei Platz zwei. Absolut. Auf meinem Platz zwei ist ein Spiel, das ich bereits in meiner anderen Vorschau-Liste für 21 hatte. Das kurz davor, das hoffentlich da zu sein, wir warten eigentlich den ganzen Monat schon drauf. Das auch ein Spiel ist, das ich mir gerne einfach nur die Wand hängen möchte. Langsam wird es knapp. Es ist ein Spiel von Awakened Realms, an der Stelle möchte ich mal den Publisher ausnahmsweise dazu nennen, weil die Autoren, wenn ich die aufrufe auf Board Game Geek, steht da hauptsächlich The Great War. Denn um dieses Spiel geht es und mehr haben sie anscheinend noch nicht gemacht. Die amerikanischen Rezensenten haben es schon in die Finger bekommen, deswegen konnte ich mir schon ein bisschen mehr dazu angucken und das, was ich inzwischen über das Spiel weiß, hat meinen Bock darauf, meine Lust darauf nur noch weiter gesteigert. Es ist auch sehr gut bewertet worden bis hierhin. Aber was ist The Great War? The Great War ist ein Worker-Placement-Spiel. Ja, auch ein Euro-Game von denen. Es ist ein Euro-Game von denen, was im antiken, feudalen China spielt. Ich glaube, sie nehmen es auch nicht ganz so genau mit der Zeitspanne. Und wir müssen einmal natürlich alle auf uns selbst gucken, denn der mit der meisten Ehre, Ruben, wie auch immer dann die Siegpunkte heißen, gewinnt am Ende. Aber wir müssen trotzdem gemeinsam an der großen Mauer bauen, um die Mongolen abzuhalten. Und das tun wir halt auch. Dafür gibt es dann auch Punkte. Aber während des Spiels zum Beispiel kann man, jeder von uns hat einen Anführer mit einer speziellen Eigenschaft zum Beispiel. Das ist schon mal die erste Asymmetrie und im Laufe des Spiels kannst du so Berater dazu bekommen. Und dann hast du die Entscheidung zum Beispiel, behalte jetzt diesen Berater mit seiner eigenen speziellen Eigenschaft, die mich für den Rest des Spiels verbessert. Oder schiebe ich diese Karte unter meinen Anführer und werte bzw. levele seine Spezialfähigkeit auf. Also mach dich stärker. So ein Entscheidungspunkt. Und viele dieser Worker Placement Felder haben dann auch die Eigenschaft, die werden erst ausgelöst, wenn sie voll sind. Das heißt, du kannst da Figuren hinstellen, wenn da aber sonst keiner hingeht, dann löst das nicht aus. Dann kriegst du das nicht. Wenn du aber alleine komplett reingehst, dann bist du gierig. Dann kriegst du eine Strafe. Weil du einfach so gierig da komplett reingegangen bist. Das heißt, du musst dich quasi irgendwie zusammentun, so ein bisschen, so halb kooperativ vielleicht. Und überlegen, was gemeinsam macht. Und man baut dann auch nach und nach diese Mauer hoch, erweitert sich selbst. Also ist auch ein bisschen Engine Building drin. Und das klingt alles sehr gut. Das ist halt ein Awakened Realms Spiel. Das hat halt auch Schauwerte. Wirklich super. Die Miniaturen sind wirklich wunderbar. Also da hat auch Cool Mini or Not oder meinetwegen auch das neueste Destiny. Das sind auch schon sehr gute Miniaturen. aber das hier sind auch noch mal so Miniaturen. Zumindest vom Aussehen her. Die sind auch so, wie nennt man das? Ich frage, ob man es braucht. Aber natürlich. Die sind auch geschadet. Also zumindest in der Deluxe Variante. Ohne Gewehr. Also bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Das kriegen wir glaube ich bald in die Hände. Ja, ja. Warte ich auch schon lange genug drauf. Ja, es wird hoffentlich auf eine Messe kommen. Das wäre gut. Spielanzahl? Spielanzahl dürfte 2 bis 4 sein, nehme ich mal. Vielleicht 5. Und auch das hat einen. Ja, doch. Wieso nicht? Man geht halt zu einem und so. Spätestens, wenn jemand auf BGG einschreibt. Dein Platz 2. Mein Platz 2 spielt quasi, ist das gleiche Spielsystem wie mein Platz 3, den ich ja gerade noch nicht nennen durfte. Mal gucken, ob jetzt ein Stopp kommt. Aber Detective von Modern Crime Board Game fand ich absolut großartig damals. Hat mich wirklich umgebeamt und im Nachgang hat sich das ein bisschen angefühlt wie so das Twilight Imperium der Krimi-Spiele. Ganz viele Charaktere, eine Kampagne aus 5 Missionen, die jeweils so 3 bis 5 Stunden dauern, wo man auch so richtig so ein Whiteboard macht und da Fotos dran macht, irgendwelche Zettel dran macht, wo man irgendwie Namen draufschreibt und wer mit wem muss im Internet irgendwelche Sachen nachgucken. Und da hat Portal Games Anfang des Jahres quasi Nachfolger angekündigt, Werner Connection. Und das spielt dann so im Kalten Krieg. Agentensetting. Vielmehr weiß ich darüber auch noch gar nicht, weil das auch wieder ein Spiel ist. 1977 oder so, ne? 1977, ja, ich hab's ja schon geteasert. Genau, genau. Also mein Platz 7 halt natürlich, ne, der tote Amerikaner, ne, das ist schon der Teaser dafür in Wien. Schon mehr als ich darüber weiß, weil das hab ich halt auch gesehen, dachte, boah geil, hat mich ja voll abgeholt und ich fand ja auch die Erweiterung tatsächlich von dem Grundspiel Detective noch besser als den ersten Teil. Ja. Dieses L.A. Crimes hieß das und ich hab mir da jetzt einfach mehr nicht angeguckt. Ich hab da auch bei Portal Games die englische Version angefragt, das heißt, das werde ich hoffentlich auch zeitnah haben. Es gibt auch die deutsche Version auf der Messe auf jeden Fall auch. Wenn's die auch schon geben sollen, werde ich hoffentlich die dann auch schon da haben. Steht im Katalog drin, ne? Das ist die, also... Mal gucken, ob die wirklich kommen dann auch, aber... Drück mal die Daumen. Da bin ich einfach mega... Ich bin natürlich gespannt, weil das andere hat natürlich auch davon gelebt, dass man halt diese Datenbank hatte, wie man sich halt auch wie so ein richtiger Mittler gefühlt hat und dass man eben auch im Internet Sachen nachgucken musste. Das war ja ein Teil des Spiels und da hat Zeit gepasst, was in der Jetztzeit gespielt hat. Wenn das jetzt natürlich vor 40 Jahren spielt, wo es Internet so noch gar nicht gibt, bin ich mal gespannt, wie sie es da denn gemacht haben. Ja, wobei, das erste war ja Jetztzeit, ne? Da passt das natürlich. Der zweite Teil, L.A. Crimes, spielte ja auch schon in den 80ern. In den 80ern? Da haben sie auch ganz charmant gemacht. Da sah das Internet dann auch immer die Datenbank auch ziemlich abstrus aus, ne? So wie man sich das für damals vorstellt, aber ja, vielleicht machen sie halt einfach das Outfit der Datenbank so, wie es halt aussehen würde, wenn man halt sich durch irgendwelche Akten dann durchblättert, ne? Das kann ja auch sein. Vielleicht liegt ja ein Lexikon, oder? Ja, das kann auch sein. Ja, genau, mal so ein Buch mit. Kostet jetzt auch leider 150 Euro das Spiel. Richtig, da freue ich mich halt super drauf, mega drauf. Weißt du, wie viele Fälle es sind? Wie sag ich? Weißt du auch nicht. Bei manchen Sachen sage ich einfach, boah, geil, und das will ich nicht mehr wissen. Ich will es nochmal da haben und dann spielen und dann gerade wenn es so viel um die Story geht. Richtig. So, Platz 1. Uh. Trommelwirbel. Ein Spiel, wo ich richtig heiß drauf bin, deshalb habe ich es auch gekickstartet, aber Du hast es gekickstartet? Ich habe es gekickstartet, aber es kommt jetzt zu Spiel auch schon raus. Ich hoffe, ich kriege es auch vorher, weil dann ist das wieder so eine Geschichte, dass die Leute es vorher haben, als die Kickstarter-Leute. Gab es ja vor, mal in den Vorhaben. So ist es ja schon mal gegeben. Ich bleibe bei meiner Aussage. So, was ist es? Ist egal, notfalls warte ich noch ein paar Wochen, aber natürlich hätte ich es gerne vorher. Wir sind auf den Galopagos-Inseln, wir machen Darwins Journey. Darwins Journey. Bin ich richtig, richtig heiß drauf. Super Verzahnung, geiler Mechanismus sicherlich. Du hast Arbeiter, die du immer weiterbilden musst, damit du in den entsprechenden Bereichen dann auch mit denen agieren kannst. Von der Story her, Darwin finde ich sowieso interessant. Robinson Crusoe hatte schon Darwin als Thema, diese Reisen, die man da antritt, diese Forschungsreisen, wo er dann später sein Buch zuschreibt. Ist das Vielfalt der Arten, was er dazu schreibt, das Buch? The Origin of Species. Dankeschön. Ist auf Deutsch glaube ich vielfalt der Arten. Das könnte das sein, ja. Ich würde das genau übersetzen. Das fand ich schon gut vom Robinson Crusoe-Thema. Du hattest mich ja mal gefragt, welches man da spielen sollte. Ich würde das auf jeden Fall empfehlen. Aber wir sind jetzt hier beim Walker-Placement-Spiel. Da ist es auch wieder der Hintergrund. Wir begleiten quasi Darwin wohl bei seinen Arbeiten auf den Galopagos-Inseln und gemacht wurde es von unter anderem Simone Luciani. Der ist auch für viele, viele Spiele bekannt. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. Es ist für ein bis vier Spieler, 60 bis 120 Minuten und es kommt hier bei Skellic Games raus. Ist das nicht auch der, der jetzt dann bei Golem einer der Designers ist? Ja. Das heißt, du kriegst gleich zwei zum Preis von einem. Du weißt gar nicht, was du zuerst spielst. Schon zwei zum Preis von zwei. Zwei zum Preis von zwei, genau. Zu Darwin müssen wir gar nicht mehr so viel sagen. Wir haben das ja schon mal für dich besprochen. Stimmt, richtig. Das war dein Platz eins schon in der Vorfreude-Diste und das haben wir dann übernommen. Und weißt du noch, welche Wörter du genommen hast, um es anzukündigen? Also es war auf jeden Fall sehr schön verzahnt. Ich bin richtig, richtig heiß drauf. Und richtig, richtig heiß drauf. Es ist nicht einfach beige, es ist hellbeige. Ja. Eher so weißlich schon fast. Es sieht aus, als würde es direkt aus der Euro-Hölle kommen. Also wirklich. Was würde da damals gar nicht liegen? An der Stelle spiel doch einfach kurz einen Ausschnitt aus dem anderen Video kurz ein. Das ist dann, was wir sagen, weil mehr kann gar nicht dazugekommen sein. Ich freue mich super. Ich bin da schon sehr gespannt drauf. Du wirst dich irgendwann entscheiden müssen, mit welchem Spiel du uns foltern willst. Bitte? Ich meine, mit welchem Spiel du uns beglücken möchtest. Du musst auch Trickerion spielen. Genau, Trickerion kommt auch bald. Er muss sich dann aussuchen. Was? Du kriegst eine Auswahl aus drei Spielen. Du darfst mit uns einen Golem, Trickerion oder Darwins Journey spielen. Die zwei davon möchte ich auch spielen. Ich spiele einfach alle drei Spiele mit euch an einem Tag. Möchte ich. Was ist dein Platz 1? Drei war es. Ja. Karl Platz 1 ist mein Platz 3. Karl Platz 1 ist, Moment, ich muss erst mal ganz kurz die Konferenz zurückbekommen. Mein Platz 1 war Ben's Platz 3. Richtig. Und du hast das gar nicht drin, das ist eine Sauerei. Welches nochmal? Das, was ich jetzt sagen will. Das ist ein Spiel, ich gebe dir ein paar Tipps. Es ist von diesem Jahr. Was mit Detektiven? Es ist was mit einem Detektivsystem. Genau. Also wir reden über den heißen Brei herum. Ich nenne nicht die Autorin in dem Fall, weil ich den Namen eh nicht ausgesprochen kriege. Es handelt sich um Dune House Stories. Ja, das kann man mögen, aber hier geht gebessert. Also, du hast ja selbst dieses Spielsystem schon gespielt. Das ist ja das Gleiche wie bei Vienna Connection, wenn ich das nicht ganz falsch im Kopf habe. Und hier wird es aber mal mit einem Thema verbunden, das wirklich sehr interessant ist, meiner Meinung nach. Ich höre dir aus Freundlichkeit noch zu. Ich habe auch den Kommentar gegeben. Ich bin da super gespannt drauf, weil das ist ja das Dune-Jahr. Man hätte diese Liste tatsächlich, und zwar ohne sich anzustrengen, zur Hälfte mit Dune-Sachen Spielen, 10, noch 5, also 5, ja. Da kommt ja noch die gestreamlinete Version des alten Dunes zum Beispiel. Genau, oder die Resistance-Version von Dune, da kommt da eigentlich die nächste Version. Demnächst bei dir auf der Liste, Top 1, Dune Monopoly. Ja, Dune, Dune Rising. Dune Rising. Dune Rising. Ja, aber es ist ja, es ist das Dune-Jahr, aber es ist das Dune-Jahr, richtig, es ist das Dune-Jahr, das liegt ja auch am Film, der jetzt gelaufen ist, der, wie ich auch verkünden darf, wirklich hervorragend ist. Muss ich mal gucken dringend. Wirklich sehr gut, das war heute, das ist eine ziemliche Gelegenheit, heute Nacht läuft Bond an, also zum Zeitpunkt des Drehs, Dune House Stories, wie gesagt, das ist ein total reiches Universum, Science-Fiction-Universum, geschaffen in den 60ern, bis heute halt ein Klassiker, eines der großen Science-Fiction-Werke, mit einer wirklich ganz, ganz reichen Hintergrundwelt, und hier können wir hoffentlich in diese Welt eintauchen, mit einem Spielsystem, das ja Storytelling unterstützt. Und wir werden Agenten sein, die irgendwie versuchen, eben Komplotte der Häuser aufzudecken, Intrigen zu entschlüsseln, und wir sind auf Arrakis, wer weiß, vielleicht sind wir auch auf anderen Planeten unterwegs, wir wissen es nicht, ich habe mich darüber nicht informiert, es gibt auch, glaube ich, zur Story noch überhaupt nichts. Ich bin super gespannt, das ist ja so eine Game of Thrones, Science-Fiction-Welt, hätte ich beinahe gesagt, das ist jetzt der Vergleich, der überläuft, aber mit so ganz viel Intrigen, feudale Häuser, Komplotte, und da dann drin wirklich wahnsinnige Sachen, wenn man die Bücher gelesen hat, mit irgendwelchen Leuten, die so genetisch konstruiert sind, dass sie ihr Aussehen, also mit reinem Willen, ihr Aussehen anpassen können, und dann wie jemand anderes aussehen können, also die perfekten Assassinen, perfekt für ein Spiel, in dem wir Assassinen sind. Ich hoffe, ich hoffe, dass er diese Erwartung erfüllt, das Spiel, weil eigentlich muss man sagen, bei einem Spiel, was so viel schon mit sich herumträgt, wo es so viel Hintergrund gibt, und wo man sagt, es ist halt auch gerade das Junior, könnte es einfach sein, dass es dann im schlimmsten Fall einfach nur eine lame-Kindie-Story ist. Richtig, die Gefahr besteht, gerade wenn die Vorlage ja so literarisch schon auch tief ist, sehr philosophisch zum Teil. Ich gehe jetzt aber, stand jetzt auch nicht davon aus, dass es das erreicht als Tiefe, weil das sind ja schon selbstgeschriebene Geschichten von nicht großem Autor. Schreibt ja auch nicht die Geschichten aus dem Spiel nach, sondern erzählt ja eigene Geschichten nochmal. Ja, aber es ist eine Grundlage, da kann was sehr Gutes rauskommen, und es geht ja um eine Liste, woran man interessiert ist. Genau, wo man sich freut. Und das kann wirklich sehr faszinierend werden, und vielleicht auch faszinierend in seinem Scheitern. Ja, ich bin nämlich auch gespannt, aber ich freue mich auch drauf. Ich erwarte eigentlich, dass es scheitert irgendwie innerlich, gerade wenn ich es aus dem K-Spiel, der sich ja in der Dune-Welt auskennt, der dann auch das gut einordnen kann, und sagen kann so, ja, irgendwie nicht so toll, oder vielleicht habe ich da auch einen Vorteil, wenn ich die Dune-Welt gar nicht kenne, dann sage ich, hey, das ist so eine coole Geschichte, eine coole Welt, und Kai wird dann sagen, ja, aber es ist ja nicht Dune, dann kann ich halt sagen, ja, ist mir egal. Also da bin ich mal gespannt drauf, das kann eigentlich fast eine Scheitere mich ja positiv überraschen. Oder man wird aus dem, man wird ganz lautes Lachen und Freude rufen hier aus dem Haus hören. Richtig. Und Kai wird sagen, stopp, nein, ich will das Video machen, ich bin, wie gesagt, wirklich gespannt. Ich erwarte auch nicht, wie gesagt, das gleiche Niveau. Ich hoffe, das reicht. Was kann jetzt noch kommen? Nach meinem Hammer Platz 1 und dem Spiel? Ja, bei mir ist auf Platz 1 ein Spiel, das ihr, das Video wird ja wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag rauskommen, also ein oder zwei Tage später werdet ihr dieses Spiel vermutlich schon hier auf dem Kanal sehen, weil ich das auch netterweise schon jetzt die Woche bekommen werde. Und Terraforming Mars ist ja eines unserer Lieblingsspiele. Wir mögen ja kartenbasierte Spiele und ich habe da halt auch vor Jahren, habe ich auch schon in einem anderen Video mal erzählt, schon Prototypen gespielt bei einem Zuschauer. Ich fahre ja auch immer, bin nur in den letzten Jahren immer viel durch die Gegend gefahren, gesamtbetriebsratsmäßig. Ich habe noch immer mal gesagt, hey, ich bin hier und hier, ich bin in Bielefeld, ich bin in München, ich habe irgendwie Bock heute zu zocken. Da haben sich auch mal sehr nette Männchen gemeldet und einer davon war dann halt der Matthias Wigge, seinen Namen kann ich jetzt nennen, das ist der Autor von dem Spiel und der hat mich dann auch abgeholt und haben wir da halt gespielt. Er meinte, hey, ich habe hier so einen Prototypen, den würde ich dir gerne mal zeigen und das Ding war halt inspiriert so von Terraforming Mars. Er sagt aber auch, er mag so Tiere und Zoos und so auch ganz gerne und möchte das irgendwie kombinieren. Jetzt stellt sich heraus, da ist tatsächlich auch noch so eine Mechanik drin, die wir aus Civilization schon kennen. Und da ich ja Kartenspiele generell mag, ich mag Kartenstrategiespiele, ich liebe so etwas wie Terraforming Mars, das auch durch seine Kartenvielfalt besticht, deswegen ist Arche Nova das Spiel, auf das ich mich persönlich mit Abstand am meisten freue und wie gesagt, ich werde es jetzt dann in der Woche schon ausprobieren können, auch bestimmt gleich ein paar Partien davon spielen. Ich denke, Karl wird da wahrscheinlich auch sehr neugierig drauf sein. Am Samstag bin ich nicht dabei. Ja, aber vielleicht abends dann, Sonntagnachmittag oder so und dann spielen wir. Du wirst ja wahrscheinlich auch dann direkt dabei sein, wenn du das ausprobieren. Gebt einfach den 24-Stunden-Stream. Es kommen immer unterschiedliche Gäste zu Bänden und spielen mit ihm eine Partie nach der nächsten. Kurze Nachfrage, welches Civilization? Das, was wir gespielt haben. Ah ja. Also das auf Civilization 5. Es gibt halt auch 5 Aktionen, die man machen kann und für alle gibt es halt eine Karte und die liegen halt auch in so einer Reihe aus auf Platz 1, 2, 3, 4, 5 und wenn wir die halt auf 5 nutzen, dann können wir halt den Effekt quasi 5 Mal triggern. Wenn wir sie auf 1 nutzen, dann nur einmal und wenn wir die 5 genutzt haben, rutscht sie halt nach vorne und dann rutschen alle anderen Aktionen nach vorne. Sprich, man denkt, man nutzt natürlich immer nur die Stärkste, die vorne liegt. Das dachten wir bei Ziv auch, bis sich herausgestellt hat, nee, das geht gar nicht, macht gar keinen Sinn. Manchmal muss man auch die schwächeren Aktionen nutzen. Das muss man halt gut kombinieren. Um das zu manipulieren, ja. Du hast halt auch wieder eine Karte, einen Spielplan, wo du halt so deine Tiere reinbringen musst, irgendwelche Gehege, wo du auch irgendwelche Platzierungsbonne bekommst. Du hast dann halt auch so einen Riesenstapel von ganz vielen Tierkarten, die halt auch immer irgendwelche Effekte machen, wenn du sie halt aufspielst, wo du auch so Synergien aufbauen kannst, kannst du so eine Engine aufbauen. Also, wie gesagt, der Prototyp ist schon echt lange her, dass ich ihn gespielt habe, aber ich habe vorhin schon mal in so einem, meine Art von Spiel. Ich hoffe, dass es wirklich ein Highlight werden wird, wie ich es mir hoffe. Die Aktionsleiste macht ruhig zuerst. Ich wollte nur sagen, es ist ja der große Feuerland-Titel dieses Jahr. Einer von dreien. Und das Feuerland-Team hat ja eigentlich immer bewiesen, dass sie eine sehr, sehr gute Nase für richtig gute Spiele haben. Richtig. Terra Mystica ist bei ihnen erschienen, Scythe ist bei ihnen erschienen, sämtliche Jamie Stegmayer-Spiele sind bei ihnen erscheinbar bis auf eins. Also doch nicht immer. Da haben sie wirklich eine gute Nase. Ja, das sage ich ja. Sie haben überwiesen, dass sie eine sehr, Blumhaven ist bei ihnen erschienen. Also daher, eigentlich ist das schon ein halber Grand dafür, dass es was Eures ist. Und ich meine, der Prototyp war schon so gut, dass ich auch gesagt habe, das musst du auf jeden Fall weitermachen. Wenn das weiter entwickeln wird, ist das bestimmt ein richtig gutes Spiel. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Aber ich hoffe großartig. Ich hätte es noch interessiert, weil du es mit Civilization verglichen hast, die Aktionen in der Aktionsleiste. Tauscht man die auch aus dann durch andere Sachen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast einfach diese Aktionen. Aber es kann sein, dass du die später mal, weißt ich nicht. Wir müssen Civilization nochmal spielen. Wir müssen so viel spielen. Und weil wir so viel Spiele spielen, fangen wir jetzt auch gleich wieder an damit. Wir machen nur kurz den Videocut und zocken aber gleich weiter. Das waren 30 Spiele, die wir ungefähr, bis minus ein paar oder bei mir jedes Mal weiß ich irgendwo höher drin. Lasst ihr doch bitte gerne da, welche Spiele, die sind, auf die ihr euch am meisten freut. Keine Sorge, ihr müsst keine Zehen drunter schreiben. Oh Gott, darfst du, wir haben was vergessen? 1, 2, 3. Meinst du, wir haben Highlights vergessen? Nein, ich habe meinen Witz vergessen. Ich wollte dir Nummer 1 ankündigen. es kann nur eines sein. Es muss natürlich Caterpillar Kingdom sein. Du warst zu sehr heiß. Ich war zu sehr süß. Zu spät. Also wie gesagt, schreibt das gerne drunter und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Daumen und abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich darf das sagen, ist eh nicht meine. Das heißt, das ist selbstlos. Meim Urteil könnt ihr vertrauen und ich möchte trotzdem gerne dem Besitzer das letzte Wort hören. Genau, und es kann halt wie gesagt wirklich sein, dass ihr hier jetzt in dem Video auch ein paar Spiele nicht findet, die ihr vielleicht auf anderen Kanälen schon gesehen habt oder die vielleicht auch in der Board Game Week Top 25 drin waren. Vielleicht auch sowas wie Pargan oder so, was ich auch durchaus hätte reinnehmen können, was auch ein Spiel, das super gut ist. Ach, wer hat das schon gespielt? Der Beyonce Sun, The Loop und so. Großartige Spiele, die ja auch quasi noch als Messe-Neuheit gelten. Auch wenn die schon vorher rauskommen, gelten sie nur noch als Herbst-Neuheit. Die habe ich aber eben schon gespielt. Ich könnte euch jetzt aus dem Stehgreifen ein Top 5, Top 10 Video machen mit super geilen Messetiteln, wo ich einfach weiß, dass sie gut sind. Das habe ich ja vor zwei oder drei Jahren auch gemacht. Da habe ich auch in der Woche vor Essen zwei Top 10 Videos gemacht. Ich habe eins, die Top 10 Spiele, auf die ich mich freue und eins, die Top 10 Spiele, die ich schon gespielt habe, wo ich weiß, das sind geil. Das werde ich halt auch definitiv nochmal machen. Es werden auch gefühlt dann eher Top 20 oder Top 25. Das werde ich so in der nächsten Woche drehen. Das kommt dann auch kurz zu Essen raus, weil bis dahin ist auch die Chance, dass wir noch mehr gespielt haben. Genau, das kommt ja noch aus. Mein Aros Expedition kommt auch morgen zum Beispiel und Pegasus Paket ist auch gerade noch in der Post und ja, es ist doch wieder ein cooles Spiel. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, könnt ihr es bei BoardGameGeek natürlich machen. Da gibt es da eine Liste. Ihr könnt aber auch, wenn ihr ein deutsches Magazin euch anschauen wollt, Brettspielbox. Der macht auch immer da. Genau, der macht richtig viel Arbeit, steckt ja auch rein und der hat auch eine sehr, sehr gute Vorstellung einfach dabei. Also kann man auch empfehlen, die Seite. Genau. Und ja, das war es dann für uns. Wir werden jetzt noch was spielen und dann auch, ich habe schon auch viele Videos gespielt, freut euch jeden Tag auf neuen Inhalt bis zur Messe und wie gesagt, Stand jetzt wird es auch sehr wahrscheinlich wieder, wie im letzten Jahr, wo wir ja Spiel digital in Bielefeldes ein Event gemacht haben, das wird es jetzt in anderer Form und ein bisschen kürzer, aber auch wieder geben am Wochenende. Das heißt, da würde ich mich auch freuen, wenn ich dann viele von euch da wieder sehe. Und ja, das war es dann für uns. Wir sagen vielen Dank fürs Zugucken und tschüss. Bis bald. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.